das weltbild sprich dann wären die sich mit haut und haaren dagegen nicht begreift dass mohammed so die menschen zu misslagen gezwungen hat dass der koran dazu aufruft und 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 wenn du dann die ganzen angaben dann bringt und beweise bringt dann fühlen die sich da angegriffen ist das wahnsinn ja natürlich wenn du beweise bringt und generell die man die fühlen sich gut jeder jeder der der seine der seine religion liebt und wenn da jemand kommt und etwas dagegen spricht oder dagegen sagt ist das erste was er macht böse oder negativ zu reagieren die christen machen das ja nicht warum man die christin das nicht warum man die buddhisten das denn nicht warum man die hindus das nicht versteht ja da hast du recht warum warum machen er welche glaubensgemeinschaft flippt am meisten aus wenn man irgendwas gegen wo haben hat oder islam oder so was sagst du der islam gut bildlich gesehen und generell so die ganze situation jetzt ist es jetzt diese diese gruppe sage ich mal und so ist das ja du musst dir nur mal vor augen halten welche gruppierung oder welche gruppe die auf einmal die dominante glaubensgemeinschaft einer einer gesellschaft bildet duldet andere religionen andere weltanschauungen so nur die muslime sind so hardcore in der sache ne weil ihr gott allah das nicht duldet nennt sogar 8 39 der allah möchte dass seine religion über alle anderen religionen steht und sie sich alle unterordnen dem islam der islam sieht sich auch niemals als teil von irgendwas niemals er muss das große ganze sein dass von oben herrscht und wenn das die der fall ist dass eine religion sowas beansprucht wird es gefährlich weil sobald es anhänger gibt dieser religion die das ernst nehmen kannst du davon ausgehen dass diese dass eine gesellschaft komplett in gefahr dann schwebt ja bestimmt es braucht nur einige einige gewaltbereite unter ihnen die allahs wort zu ernst nehmen und dann anfangen hier kleinere attentate zu verüben tiktok sportlich er beginnt ja schon mit der polizei so funktioniert da macht das ja genauso sie haben so ein prinzip nach dem motto kleinere attentate bewirken auch sehr viel so das nennt man im englischen death by 1000 cats nennt man das ok also zerstörung bringt durch kleinere überall kleinere attentate um den feind zu verunsichern und ihn dazu zu bringen aufzugeben verstehst du so heftig ist der islam krass ja das ist schon krass und der islamische staat ist natürlich die brutalste version des islams die dulden keinerlei gruppierung um sich so wie das zu der damaligen zeit mohammed und die sahaba niemanden um sich herum geduldet haben und alles eliminiert haben so unfassbar allein nur wenn man sich die geschichte des islams anguckt wie gruppierung aufeinander getroffen sind und wie viel blut vergossen wurde anhand von glaubenslehre und so das ist unglaublich die waren sich auch bei der beim koran waren die sich auch alle uneinig als der osman dann angefangen hat die ganzen kopien einzusammeln weil es uneinigkeiten innerhalb der stämme gab die ein hatten auf einmal angefangen einen ganz anderen koran zu rezitieren wie die aus einer ganz anderen provinz es war also unglaublich obwohl sie alle selber den dialekt der koran gesprochen haben alle trotzdem hatten sie unterschiedliche koranversionen und dann fingen sie an untereinander übel streit anzufangen und sich fast anzugehen und dann sagte hafsa ja zu osman o prinz der gläubigen amir al-bubminin so suche oder versuche das ganze dann aufzulösen und beziehungsweise das ganze zu klären damit das damit sie sich nicht uneins werden wie damals die juden und christen sozusagen das ist so der hadith im übertragen sinngemäß und streiten und dann auf einmal an fast blut zu vergießen weil da eine mit dem anderen nicht einverstanden war über seine koran version von denen gibt es ja viele verschiedene versionen aber ich glaube ich gehört ja sie haben wirklich wir haben nicht verschiedene übersetzungen heute ist bekannt dass es mindestens 38 verschiedene koranversionen gibt versionen keine übersetzung wirklich verschiedene arabische korane die zwei größten sind ja was und hafs der was koran wird in nordafrika gelesen und der hafs koran im zentralasiatischen raum heftig und heute lesen wir den auch hier in europa den hafs koran krass das ist schon heftig das ist aber eine frage kann kann man irgendwie noch eine dritte person hinzufügen ist das möglich ich weiß nicht wie das funktioniert keine ahnung ach so ok weil da wollte jemand gerne rein und mit dir darüber reden über dieses thema ja schreibt hier gerade jemand aber irgendwie kriege ich den jetzt hier nicht rein gut einfach nur mal durchlesen wie wie die auf einmal angefangen haben untereinander streitigkeit zu haben oba ibn kab und eben massud der ebn massud hatte 111 suchen und der oba ibn kab hatte 116 suchen und der mohammed hat ja vier namen erwähnt von wem wir den koran hernehmen sollen und oba und der abdullahi ibn massud war der meister der rezitation er wurde auch als erstes genannt und von wem haben die auf einmal den koran genommen von ubei du musst live gehen kannst du live gehen du musst live gehen da kann ich dich einladen entschuldige bitte amir ich habe dich gerade unterbrochen ja kein problem ich rede ja auch dass die anderen das hören ob jetzt gerade so ist oder nicht gut wenn man sich damit mal auseinandersetzt ist ist das schon eine krasse sache wenn man das mal realisiert was da wirklich ja natürlich und da sehen wir auf einmal dass allah wieder gelogen hat in surah 15 vers 9 dass er sagt in danach nur an seiner wicke wo er in der hafi don wir haben diese ermahnung herab gesandt und wir werden ihr hüter sein aber allah konnte sein wort schon wieder nicht hüten hunderte von sahabis bei der schlacht von jamama sind gestorben haben den koran mit sich genommen viele verse zum beispiel die surah al-ahzab war so groß wie surah al-baqarah und hunderte anderer verse wurden entnommen rausgenommen der steinigungsvers ist nicht da das brotstellen eines erwachsenen ist nicht da viele andere verse im koran fehlen also wo hat allah da sein vers seinen koran beschützt ist eine blöde behauptung sag mal was sagst du zu michael stürzenberger kennst du ihn ja bestimmt auch zu klären sage ich mal da ist nur immer aber von stadt zu stadt unterwegs was sagst du zu seiner arbeit macht das schon in ordnung aber ja der ist halt sehr politisch unterwegs aber der versucht hat ja der denkt ja nicht wie wir weil wir wissen ja dass die bibel absolut unsere zeitung von morgen ist und wir die bibel aufschlagen dann sehen wir auf einmal dass der jesus christus sein volk ja auch irgendwann hier bestrafen wird aufgrund des abfall des glaubens und da sehen wir auch durchwecktes alten testament sobald israel sein volk untreu geworden ist hat der herr so umliegende völker benutzt um sein volk zu strafen und das geschieht auch dem deutschen volk wieder weil deutschland vom herrn jesus christus abgefallen ist nichts mit ihm zu tun haben will wird der jesus christus auch sein volk zur rechenschaft ziehen heftig und das wird so kommen und das ist schon die hand der muslime dann halt durch die muslime die hier zu scharen hingebracht werden nicht aus irgendeinem grund der dass die hilfe benötigen nein sie sind aus einem grund hier um bald loszulegen bei welches land der welt duldet eine religion wir leben ja im zeitalter des internets kannst du nicht sagen dass menschen mit einer religion hinkommen bei anderen leuten also bei einem volk das aufgeklärt ist das internet zur verfügung hat und in der lage ist zu herauszufinden wofür der islam steht das ist ja quatsch also hat jemand einen plan so viele menschen ins land zu lassen um dann einige dinge dann durchzusetzen dass alles geplant ist dass die leute ja kontrollierte einwanderung also beziehungsweise unkontrolliert aber kontrolliert im sinne von dass sie genau wissen was jetzt was sie da machen sie wollen ordnung aus dem chaos schaffen das nennt sich das prinzip nennt sich ordo abchao im lateinischen das kannst du dir mal reinziehen was die elite vorhat wir möchten den hier diese gesellschaft in chaos stürzen und aus diesem chaos heraus wird dann ordnung geschafft durch gesetze die erlassen werden und wie sagt man durch ja durch diesen chaos der geschiftet wird weil die muslimer die gewaltbereitste glaubensgemeinschaft sind der welt dank verstehe das ist schon heftig das ist schon das schon krass genau und deswegen sind ja auch nur aus einem grund hier zu scharen hingebracht worden weil ihr könnt mir doch nicht sagen dass keiner in der lage ist die tafside der gelehrten sich also so aufzuschlagen und zu schauen was die verse des korans zu bedeuten haben herauszufinden und einfach nur mal zu gucken wie die islamischen länder mit andersgläubigen umgehen und so eine wo sie die mehrheit bilden muss also wirklich ein verdorbener mensch sein um zu sagen nein ami das ist nicht so wie du sagst also deine augen vor der wahrheit also bist du ein hardcore ignoranter mensch davon gibt es leider viele ja und das ist das gefährliche sobald ist diese ignoranz an sehr vielen menschen gibt stehen wir auch wieder in gefahr verstehst du dass du selbst was bist du denn selber glaubst an irgendetwas oder bist du da also was mich angeht was was mich da angeht und glauben ich bin ja eigentlich gebürtiger jeside und ich bin aber hier mein ganzes leben in deutschland ich bin eher so ich befasse mich nicht so mit dem thema weil ich finde dass ich habe ich habe da ein bisschen eine andere meinung dazu wenn wenn man jetzt beispielsweise egal ob du jetzt im christentum gewesen bist im islam judentum oder 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 wenn du am ende stirbst und wenn du da oben landest oder wo auch immer wird nicht der wird nicht der heilige gott da vor dir stehen und sagen nee du kommst nicht ins paradies weil du warst in der falschen religion das ist der grund warum ich mir gedacht habe ich nehme ein bisschen abstand von diesem thema und werde bleibe einfach ein guter mensch weil und also ich mache mein ding ich brauche kein mist dies das ne und das sollte eigentlich reichen ich glaube an gott da ist jemand nur und ich spreche also das ist auch mein ding zwischen mir und ihm aber jetzt so ob christentum islam oder oder buddhismus egal so weißt was meine ich kategoriere das nicht ich tue das nicht in eine ja ich weiß nicht wie das so erklären soll ja was ist denn zum beispiel also danach der ansicht stell dir mal vor du begehst ein verbrechen und dann stehst du vor dem richter und der richter wird dann zu dir sagen ich muss dich verurteilen weil du dieses verbrechen begangen hast und du dann auf einmal aufgrund deiner aussagen die du gerade getätigt hast zu ihm sagst ja aber ich habe doch ich war doch ein guter mensch und habe sehr viele gute dinge getan was meinst du was der richter zu dir sagt ja wenn ich will wenn ich eine schlechte tat vollbracht habe und dann zum richter sage ich war doch immer ein guter mensch ja dann bin ich doch dumm wenn ich das sage ja aber du willst ja frei kommen oder nicht du willst ja aber damit auch unter einer taten dann sagen ja ich habe doch gute taten aber ich bin ein guter mensch kannst du mich bitte freilassen meint der richter würde sagen ich bin ja wahrscheinlich auch ein guter mensch wenn ich vor dem richter stehe er muss dich also bestrafen weil du das gesetz übertreten hast und das ist gott was du getan hast also entweder entweder werde ich versehentlich eine straftat begehen weil wie gesagt ich bleibe versuche ein guter mensch zu bleiben und keine straftaten zu begehen also eigentlich sollte es nicht dazu kommen dass ich vor dem richter mal stehen sollte wenn du verstehst was ich meine ja ich weiß ich will dir nur ein beispiel nennen aufgrund deiner aussage ich habe das beispiel schon verstanden aber das ist das und der jesus dass mich die kurz aus und der jesus christus kam in das seine doch das sein hat ihn nicht erkannt und gott der vater hat seinen sohn gesandt damit jeder dann den glaubt nicht verloren geht sondern das ewige leben erhält verstehst du gott hat seinen sohn in dieser welt nicht gesandt damit er die welt richte sondern dass die welt durch ihn gerettet wird jeder von uns hat die gute möglichkeit aus gnade gerettet zu werden ich für meinen teil habe mich für die gnade des herrn jesus christus entschieden und bin glücklich über meine entscheidung für ihn das heißt ich habe bewusst mir gedanken gemacht und gesagt ich schaffe es gar nicht vor gott irgendwie zu bestehen weil ich ein sünder bin verstehst jeder mensch sündig von morgens bis abends also das ist auch statistisch bewiesen worden dass wir mehrere male am tage lügen bewusst und unbewusst ja meinst du gott möchte mit einem lügen etwas zu tun haben nicht niemals nicht wirklich mit jemanden zu tun haben der dich die ganze zeit anlügt oder wird zu sagen ich möchte das auch nicht was meinst du wie gottes ordnung dann ist oder wie gut aber weißt du das aber du weißt ja auch dass gott nicht nur die guten dinge erschaffen hat sondern auch die schlechten dinge die schlechten dinge hat er nicht erschaffen sondern das ist ein resultat daraus wenn menschen anfangen also aufhören zu lieben dann entsteht das böse so ist das sobald der mensch anfängt oder beziehungsweise aufhört zu lieben dann hat er sich getrennt vom gott und dann fängt das böse an denn die bibel sagt geliebte lasst uns einander lieben denn die liebe ist aus gott und jeder der liebt hat ist aus gott geboren erkennt gott derjenige der nicht lieb hat gott nicht erkannt denn gottes liebe verstehst du wenn wir in der liebe bleiben bleibt gott in uns und wir in ihm so ist das klar natürlich das hast du auch schön gesagt ja du solltest dir gedanken darüber machen einmal wenigstens in deinem leben so jesus christus kennenzulernen was ja so was machen wir schon aufgedanken glaubt mir ich war ja genauso wie du ich war auch so habe mir gesagt wer ist dieser jesus wovon die christen immer reden weiß ich war ja nie christ war ja muslim bei uns war ja ein prophet jesus war ja ein prophet und ich war also oberflächlich an diese ganze sache rangehen heute würde ich ja heute denke ich mir so wie habe ich damals gedacht will ich bekloppt es gibt keine historische historizität der person isa aber es gibt den historischen jesus der eindeutig belegt ist durch verschiedene außer biblische quellen die wir haben durch römische historiker durch jüdische historiker die allesamt dasselbe sagen über jesus christus verstehst du aber es gibt niemanden also es gibt keine historischen beweise wie diesen isa ist als nie gegeben wenn ich also jesus kennenlernen möchte muss ich die bibel aufschlagen wenn ich wenn ich mohammed kennenlernen möchte dann gehe ich ja nicht zu irgendwelchen schriften die jahrhunderte nach mohammed geschrieben worden sind sondern geht zur frühesten quelle des islams oder beziehungsweise die größte quelle die anerkannt wurde oder nicht so geht ja jemand von der wissenschaft nicht denkt und zu wissenschaften vorgeht danke großartig schon recht wenn ich hier bin da steht immer noch die den gast bitten zu warten schreibt mir mal deine frage hier unten ich frage ihn das einfach dann haben wir das jetzt geklärt schreibt einfach deine frage hier unten rein ja ich habe da ich habe da schon sei ich komme an mir wert bist du jetzt wenn ich frage ich bin 38 38 ok schön ich bin 26 seit seit weiß ich nicht wie lange jetzt seit zwei jahren oder zwei drei jahren ungefähr habe ich so dieses ding mit mir und gott weißt du dass ich jetzt aber nicht in eine bestimmte religion denn auch wenn ich gebürtig jeside bin befasse ich mich nicht damit so sehr weil weil ich auch auch der meinung bin dass religion ein bisschen was mit mit krieg zu tun hat und also also mit negativen weißt du religion ist zwar wenn man wenn man da in der in der sache drin ist was wunderschön ist klar aber im äußeren ist das ist das für mich nichts nichts sowas was mich jetzt ja wie soll ich sagen anspricht anspricht genau so dankeschön ich kann das ganz gut nachvollziehen und dachte mir auch ich möchte mit religion nichts mehr zu tun haben bis ich herausgefunden habe dass jesus christus überhaupt keine religion ist das christentum überhaupt keine religion ist sondern eine lebendige beziehung zwischen dir und gott jesus christus als brücke für dich geöffnet hat damit du vergebung deiner schuld bekommst und vor gottes zorn entkommst jesus christus hat uns die brücke zu gott wieder ermöglicht damit wir rüber gehen können und gott wieder gott uns wieder aufnimmt verstehst du denn er hat ein für allemal alles bezahlt was wir in unserem leben getan haben das ist liebe das ist liebe beweisen stell mal vor jemand sagt zu dir die ganze zeit ich liebe dich aber seine taten sprechen eine ganz andere sprache würde ich sage das ist also deine art von liebe du bist nicht nur am anlegen du bist nur dies am machen das war ist das also liebe oder was der jesus hat nicht nur geredet sondern als auch in taten voll vollbracht denn er hat aus liebe sein leben gegeben was haben die menschen denn als als kostbar ist das was wir geben können sehen was wir was wir geben können als kostbar ist das teuerste was wir geben können mit was können wir bezahlen als teuerstes was wir haben mit unserem leben aha sehr gut amen und der jesus christus sagt ich habe mein leben für euch gelassen und niemand vermag es sich niemand kann mir mein leben nehmen sondern ich lasse es selbst aus liebe heraus für euch ich habe die macht es zu geben und ich habe die macht es wieder zu nehmen du siehst also der jesus christus hat aus liebe heraus die strafe die du und ich auf uns nehmen müssen hat er auf sich genommen und daher macht er genau das gegenteil von religion alle götter sagen mach und tu etwas damit du eventuell errettet wirst jesus christus bleibt kommen her alle die ihr mühselig und beladen seid und ich will euch schenken und siehst du seitdem haben wir alle christen ruhe in unserem herzen und fürchten uns auch nicht weil furcht hat mit strafe zu tun ja 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 ganz kurz noch mal weißt du ich ich glaube ich glaube viele viele meinten ja auch hat mich viele viele meiner freunde hat mich gefragt ob ich an himmel oder hölle glaube ich habe gesagt dass es sowas wie himmel hölle eigentlich also das hatte ich anfangs gesagt dass es sowas nicht geben kann aber dann habe ich mich gefragt aber warte mal diese diese ganz schlechten menschen hier auf dieser welt so die pedos und 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 die haben nicht gedacht als du das gesagt dass wir eigentlich nicht dahin landen wo wir landen sage ich mal deswegen muss es da irgendwo eine trennung geben aber das wäre ja das wäre auch ungerecht wenn zum beispiel leute ja einen mord oder eine übelste tat in ihrem leben begehen und damit dann davon kommen das ist ja ungerechtigkeit bis zum geht nicht mehr aber sie sind im moment entkommen aber jemand hat sie gesehen und wird das sühnen sie werden dafür bezahlen spätestens wenn sie in den tod gehen und glaubt mir der jesus wegen mit die genau jeder einzelne mensch weißt du genau deswegen weil ich weiß egal was du kannst dich nicht du kannst dich nicht unter deiner decke verstecken alles wird er sehen weißt du und er sieht auch was du machst so deswegen ob du ob du schlecht bist ob du jemanden ins gesicht lacht und so ein hinterhältiger bist alles sieht er genau deswegen genau deswegen sollte man einfach strecken du hast gerade eine sehr sehr bezeichnete sache gesagt du hast gesagt wenn man jemanden ins gesicht lacht und ihn dabei so innerlich verfluchen sollte das ist eine schlechte eigenschaft leute wie viele leute hast du bei dir die gerade zugucken soll ich sogar drei leute kein problem bei mir schauen gerade 241 so das geht ja auch nicht um irgendwelche leute die drei leute die gerade zuhören eventuell dann muslime sind wer weiß bei mir sind einige muslime hast du gesehen außen aus deiner morale und ethik heraus hast du gesagt dass es etwas schlimmes ist menschen anzugucken und sie innerlich in ihrem herzen zu verfluchen und sie anzulächeln ja genau jetzt was war was der mohammed seinen anhängern mit gibt in suche 3 vers 28 geht der eben kaffee ich weiß nicht wie gut du dich mit dem islam auskennst okay also es gibt also jemanden da ist eben kassi das ist so ein koran kommentator aus dem ungefähr kenne ich ja von deinen ganzen videos den kenne ich 500 600 jahre nach mohammed gelebt also der hat den ganzen gesamten koran ausgelegt und ist auf die suche gegangen und hat alles akribisch untersucht und hat viele sachen gefunden und hat daraus bänder voll geschrieben wie man den koran zu interpretieren hat und seine interpretation geht zurück zu mohammed also das ist die klassischste sunnitische ausdehung die man überhaupt so den den menschen so mitgeben kann also beziehungsweise den sunnitischen muslimen die akzeptieren das ja nicht aber man muss sich mal vorstellen dass da eine begebenheit erzählt der eben kassi in surah 3 vers 28 dass der mohammed den sahaba wie wie heißt der typ abu adarda das muss sich mal vorstellen der gibt dem abu adarda die erlaubnis menschen anzulügen wenn man unter der autorität der ungläubigen steht das habe ich auch genau das mit dem anlügen um jemanden in seinen links zu holen genau das ist laut islamische terminologie darfst du dein herz nicht für ungläubige öffnet du musst sie also immer mit feindschaft entgegen bringen es sei denn wenn sie dann zum islam konvertieren dann ist kein problem kannst du dann dein herz öffnen die sind ja deinem bruder dein achi in islam aber solange du unter der autorität der muss der ungläubigen macht stehst zum beispiel jetzt hier die muslime sind ja die minderheit hier in deutschland so dürfen die muslime das wahre gesicht des islams verstellen und die sogenannte takia praktizieren und dann erwähnt der abu dann erwähnt der eben café den surah 3 vers 28 als auslegung zu dem vers und nennt eine geschichte wo abu adarda unter der autorität der ungläubigen macht stand und er hatte den menschen ins gesicht gelächelt und innerlich sie im herzen verflucht genau das was du gerade gesagt dass das dass das allerletzte ist das hat mohammed seinen anhängern mitgegeben heftig ne das ist schon das dass das dass das finde ich das wünsche ich niemanden das ist das ist so ne so also wenn man sowas gerade selber erfahren hat weißt du das ist so eine eklige sache wenn jemand dir die ganze zeit ins gesicht lächelt und du lächelst ihm ehrlich zurück und er hätte die unehrlich ins gesicht das ist schon wenn du das dann im nachhinein erfährst wie geht sowas also ich würde niemals auf die idee kommen wenn ich jemand so an lächeln und sage du kleiner so völlig wahnsinnig krank sein in der birne mann aber weißt du weißt du dass das das gute ist der bekommt das in seiner lebenssituation auf eine andere art und weise wieder zurück als kam also während ich ihn ehrlich ins gesicht was ich dir damit sagen will und dem muslimen falls ihr zuhören ihr seht also wie hinterhält sich das ganze ist was der mohammed den leuten da so mit gibt was für eine was für eine art und weise wie bösartig man sein kann du lächelst dem einen da ins gesicht und innerlich verfluchst du ihn oder so eine bösartigkeit einfach nur ich soll ich soll dich fragen warum warum also das jetzt eine frage von den zuschauern hier warum du dich nur auf den islam fokussiert ich bin ja aus dem islam ausgetreten und der islam behauptet der dinge über die bibel die so nicht stehen bleiben können verstehst du weil wenn jemand zum beispiel lügen über dich erzählt oder wenn jemand etwas über dich behauptet was nicht der wahrheit entspricht würdest du nicht losziehen und sagen hey ich muss das mal klarstellen so machen jetzt mache ich das genauso wie mit dem islam der islam behauptet dinge über jesus christus die bibel kreuzigung auferste und gottheit der einigkeit also bin ich als christ gezwungen das ganze klarzustellen und die muslime rauszuholen aus dieser täuschung die sie erlitten haben und ihnen ihre geistliche freiheit wieder zurückzugeben so sieht es aus das alte testament von der bibel und dem koran ist identisch bitte das alte testament von der bibel und dem koran ist identisch und eines ist überhaupt nicht identisch das alte testament ist die gesetze mose die gott seinem volk gegeben hat und dann kommen die propheten die über den herrn jesus christus den messias prophezeiungen gegeben haben der seite testament hat überhaupt nichts mit dem islam stund der islam ist einfach eine gnostische verfälschung des christentums mehr kann man es also anders kann man es gar nicht behaupten der mohammed hat sich von irgendwelchen gnostischen lehren wie von basiles und allen möglichen die zu der damaligen zeit sehr in der arabischen welt so ihren umlauf hatten sich daran ernährt und das ganze im kopf das ganze ist auch im koran gelandet man sieht das auch anhand der geschichten die über jesus dort drin erzählt werden dieser isa er schafft ja aus lehm einen einen vogel und auch da rein man sehen wir auf einmal dass es sich in der verfälschten thomas evangelium befindet dass der dass jesus aus to aus ton ein oder aus leben ein vogel formte und darin leben einhauchte das ist die geschriften nennt man sowas genosis die nichts mit der wahren authentizität der bibel zu tun haben die auch eindeutig von historikern und bibel experten als fälschung abgestempelt wurden und diese schriften haben es im koran geschafft und der koran ist einfach nur eine verfälschung der koran ist die wahre verfälschung der bibel das werk des widersachers gegenüber der bibel okay du siehst das immer zwischen den zeilen des islams sprüht der allah immer sein sein gift da rein erstmal kommen so paar gute zeilen und dann geht es weiter dem muslim so gift einzusprühen damit dieser gift auch schön in seinem herzen reingerammt wird und er anfängt immer weiter radikal und radikale zu werden und dann was wird am ende aus ihm ein wahrhaftiger is kämpfer weil er den islam wahrhaftig verstanden hat und genau verstanden hat was allah von ihm verlangt ja da liebt ja nicht nur die die gutes tun allah liebt ja nur nicht die die abendspeisen allah liebt nicht die nicht nur diejenigen die umherziehen um gute sachen zu erledigen nein allah liebt auch diejenigen die in einer schlachtordnung für den kampf bereit sind so 61 vers 4 also allah liebt die mutter den also wenn die leute zu mir sagen hat hat nichts mit diesem mutter dien zu tun die namen allahs ausdrücken die feinde allahs zu dann sage ich dir hast du schon mal den koran gelesen wovon redest du warst du im mickey maus heft unterwegs oder was die haben zu viel donald duck heft gelesen ja also dieser allah der liebt das dass die muslime in einer schlachtordnung gereiht vor vor den feinden allahs stehen und der allah ruft ja auch dazu auf dass die muslime halt die nicht muslime ja t r t r r o r verstehst du sieren sollen ach so ja dann diese wörter nicht aussprechen weil ja sonst werde ich ja auch wenn ich tiktok sportlich sage irgendwie das system erkennt das auch immer ich habe das von einem kollegen dieses tiktok sportlich ich habe nie ich habe nie gewusst warum er immer das sagt aber jetzt langsam weiß ich das das ist wie gesagt wenn man ja hatte ich ja vorhin schon erwähnt und werde ich jetzt nur noch mal erwähnen wenn man wenn man sich damit beschäftigt dann macht man schon große augen wenn man die wahrheit auch herausgesogen hat sage ich mal und zusätzlich kommt auch noch dazu dass der koran auch noch wörter von jüdischen rabbinern aufgenommen hat die surah 5 vers 32 der friedlichste vers aus dem koran ist nicht mal gottes wort ist nicht mal von allah das wort mohammed hat diesen vers aus dem talmud geklaut aus sanhedrin von einem jüdischen rabbiner den kommentar hat den in koran reingepackt und gesagt das ist von gott das wort ach was wenn jemand einen menschen tötet so ist es als hätte die ganze menschheit getötet wenn jemand ein leben erhält ist es so als hätte die ganze menschheit erhalten und das ist von einem juden einem jüdischen rabbiner das hat morgen genommen und hat das als glückliche inspiration wiedergegeben dass das ist das ist schon ich kann dir von morgens bis abends den den die ohren voll quatschen wichtig ist man deine deine sicherheit denkst deine zukünftliche sicherung wenn du in den tod gehst ja liest du deine versicherung für dein ewiges leben ab wo hast du so ein vermisserung für jeden möglichen quatsch aber macht ihr mal gedanken um deine seele wo geht denn ohne die versicherung das mache ich das mache ich wirklich fast jede sekunde aber das problem ist nur sich gedanken zu machen und den richtigen weg zu finden das sind zwei verschiedene paar schuhe weißt du und wenn ich sage mal so wenn gott möchte wenn gott wirklich also wenn wenn es so sein soll dann wird er mich schon in die richtige bahn lenken weil ich bin ich sage mal so ich bin gewillt dazu auch wege zu gehen die ja wie soll ich sagen ja man merkt auch dass du jemand bist der jetzt nicht so wie so ein gockel auch hier reinkommt und sich so aufspielt nein du hörst du das ganze an ich habe auch schon deine gedanken darüber man sieht das ja auch ganz kurz an mir ich soll dich fragen wie wie juden vor jesus gerettet wurden sie wurden durch ihre taten gerettet und schlachtopfer wurde gebracht der hat im alten testament immer sühne opfer verlangt durch tieropferungen blut musste immer fließen das symbol des blutes und der herr jesus nicht so daher setzt der herr auch copyright über seine schrift damit nicht irgendwelche falschen götter kommen und anfangen ein neues eine neue religion sozusagen zu gründen oder einen neuen weg und so nein gott hat doch nicht umsonst diese ganzen botschaften und geschichten dort reingepackt das ist nicht umsonst weil das weil es musste immer blut fließen zur vergebung der schuld und der herr jesus christus ist das lamm gottes das perfekt auf diese erde kam als ein perfektes opfer und deswegen wird er das lamm gottes genannt sein blut ist ja heilig dass der sohn gottes der gekommen ist in menschenform und hat für die schuld der gesamten menschheit bezahlt und daher wird er auch das lamm gottes genannt dass die sünde hinweg nimmt so sieht er ist das perfekte urban was wird urban in kurdisch urban wie soll ich das übersetzen war ja 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 das perfekte urban das bild war eigentlich ja hast recht ich sollte ich mal fragen wie jakob oder in der in der bibel steht dass jakob mit gott gerungen hat ja richtig der herr hat sich in form eines menschen gezeigt und der jakob hat dann mit ihm gerungen und der herr hat ihn dann gewinnen lassen also weiß der herr würde ihn mit einem schnippen ja auseinandernehmen und ihnen alle teile zertreten kennst du das beispiel wenn zum beispiel lebt dein vater noch oder erinnerst du dich als du mit deinem vater als kleines kind immer gekäbbelt hast und dein vater dich halt gewinnen gelassen hat aus die ja ja so kannst du das ungefähr verstehen ja ja kommt in zwei hälften zerreißen in zwei sekunden zerreißen so nach dem motto ja 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 der hat ihn ja an die hüfte gepackt hat die fast die hüfte zertrümmert die muslime die ja sowas sagen die die haben noch niemals die bibel gelesen diese armen die googeln einfach nach und stellen diese dummen fragen nachdenken nachdenken und sowas ist sehr schwierig deswegen urteilen die leute schnell deswegen können sie schnell ich werde soll ich sagen scheiße reden weißt du wollen das nachdenken schwierig wird oder zu recherchieren oder mal mal auch kritik anzunehmen oder oder auch mal zu verstehen dass kritik nicht gleich kritik ist ja genau und anhand dieses beispiels kannst du sehen dass wir auch unsere kinder über uns gewinnen lassen obwohl wir zehn milliarden mal stärker sind verstehst du du siehst ja wenn wenn man mit seinen kindern kebbelt oder was und dann dann tut man so als wer hätte der junge oder das Mädchen sie besiegt uns besiegt aber wir könnten ja in zwei sekunden das kind klar klar das ist die symbolik dahinter hinter und aus jakob wurde dann israel bist du ja sind die bibel nie gelesen sie haben die bibel nie gelesen und das tut mir sehr sehr leid für die muslime weil sie werden einen sehr hohen preis bezahlen und zwar ihre seele die für alle ewigkeiten verloren geht weil sie mohammed geglaubt haben der erlaubt hat zu lügen haben wir in der in der bibel steht das gerstenbrot mit kot gegessen wird stimmt das also das wurde geschrieben das ist ein strafgericht das denn das in der zukünftigen zeit passieren wird dass die werden dann auf gersten ihr brot backen das heißt nicht dass sie kacke essen sollen sondern das wird auf ballen gebacken das aus kot besteht und das problem ist die muslime haben sich schon wieder keine gedanken gemacht weil das in der islamischen welt als brennstoff gedacht wird du siehst ja in der islamischen welt ist kot und dünger brennstoff sie backen auch ihr brot da drauf legal das ist ein strafgericht des herrn aber bei muslimen ist das wundervoll das ganze mal nachgoogeln also er schreibt da steht genau gerstenbrot mit kot essen nein da steht nicht gerstenbrot mit kokot essen sondern du wärst denn du wärst das brot auf auf kot backen und das sind diese ballen die auch die muslime als brennstoff benutzen da steht nicht kacke essen das ist ja diese behämmerte art der muslime die visibilität rüber kommen aber wenn das ein problem für sie darstellt so sage ich ihnen bei euch ist das legal erlaubt ihr in der islamischen welt macht brennmittel daraus und backt euer brot wahrhaftig darauf über kacke bei uns ist das ja nur brennstoff und das ein strafgericht des herrn verstehst du aber das islamische welt muss man googeln islamische welt backen auf auf kot da wirst du so viel finde das ist normal ist da gibt es fatwa darüber alles krass krass weil die in der wüste kein kann zu fragen ob morbert mit einem engel gekämpft hat und dann den koran bekommen hatte ja stimmt das ist in zwei buchhali hat ist zwei müsste es sein wo der engel gab er kommt also für die christen wir wissen ganz genau dass das niemals engel gab es weil der engel gab in der bibel immer in frieden zu den menschen kamen die leute haben sich zwar erschrocken für einen kurzen moment aber der hat sie immer beruhigt hat gesagt fürchte dich nicht ich bin ein bote deines herrn ich möchte dir etwas verkündigen aber dieser jubil des islams er kam in die höhle hat man zu tode gewirkt welcher welcher engel gab er wirkt den menschen zu tode man das ist kein engel reden wir dann von demselben gabriel wenn wir dieselben geschichten auch in der bibel kennen und uns das wunschleus und denken wir soll der engel gabel kam immer in frieden hat die menschen beruhigt der engel gab mir im islam kommt auf einmal und drückt und wirkt den moment bis zum tode was denn bitte naja das ist nicht nicht normal und dass das sagt die bibel auch denn die bibel sagt uns in 2 korinther 11 14 dass es für satan und seine engel kein problem ist sich als engel des licht zu verkleiden verstehst und das ist dem moment passiert eine million prozentig dass der mohammed sagte dass der engel gabriel in form eines dämonen zu ihm kam der sich selbst all abiert nennt der weiße da hat gedacht dass der moment also der moment hat den engel gabriel immer als dämonen bezeichnet gute dämonen also der 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 kollege sagt dass das stimmt nicht was du sagst dass engel damit auseinandergesetzt haben das ist okay dann hat dann dann ist da noch etwas hilft mir zu verstehen wie jesus die sünden aller tragen kann wenn die leute noch weitere jahre sünden machen oder sünden begehen ja das ist ganz einfach denn wir selber sind nicht fähig unsere eigenen sünden zu tragen und können auch niemals aus irgendwelchen werken heraus nach unserer bekehrung auch irgendwie das ganze halten weil wir immer noch menschen sind und der apostel paulus sagt denn in meinem fleisch wohnt nichts gutes die sünde beherrscht mich das gute das ich eigentlich vollziehen will das tue ich nicht das böse das ich eigentlich nicht machen will das tue ich weil unsere weil unsere natur sünde ist verstehst du wir können nichts anderes als sündigen zum beispiel beim autofahren wie oft regen uns menschen vor uns auf die voll die komischen faxereien macht und dann in unserem gedanken fangen wir schon an diese menschen so anzugehen verstehst du siehst du also wenn es danach geht da hat ja gar keine chance ins himmelreich zu kommen weil adam und eva ja auch nur eine sünde hatten und gott hat sie aus dem himmelreich geschmissen verstehe weil gott eilig und gerecht ist kann er nicht einfach mit sündern so zusammenleben das geht ja nicht die sünde uns gestraft werden und das hat der jesus christus auf sich genommen die strafe die du und ich erleiden müssten hat er auf sich genommen damit du und ich das nicht vollziehen müssen damit wir nicht durch die hölle gehen müssen er hat die strafe auf sich genommen erde der von keiner sünde wusste wurde für uns zu sünde gemacht so heißt es auch im zweiten korinther brief kapitel 5 ich wünsche mir von herzen falls du dir die frage gestellt hast lies einmal die bibel im gesamten kontext du wirst mir recht geben und du wirst sagen ami hat vollkommen recht die bibel bietet uns die einzige möglichkeit die logischste und rationalste möglichkeit gerettet zu werden weil gott der gerecht ist muss ja auch bestrafen das ist ja nicht gerecht wie will er also barmherzig und gerecht sein das ganze wird also erfüllt durch jesus christus der die strafe auf sich nimmt nur ist das ja wenn gott also nur barmherzig ist dann ist er aber nicht gerecht das ist ganz einfach wenn du ein beispiel hast wenn du jemanden wenn du über rot gefahren bist ein kind tot gefahren hast dann stehst du vors gericht und dann sagt der richter auf einmal zu dir ja ich habe heute barmherzigen tag die sind deine sünden vergeben und dann siehst du auf einmal die familie am weinen ist ja aber was ist denn mit unserer gerechtigkeit warum wird er nicht bestraft aha jetzt macht der jesus christus aber folgendes er zieht sein richterliches kleid aus kommt dahin und übernimmt die strafe somit hat die familie ihr recht bekommen und der mörder ist freigesprochen worden nur in jesus christus barmherzigkeit und gerechtigkeit in ein guck gegen gänse oder ganz körper waren wenn man nur darüber nachdenken das ist schon ganz heftig und daher merkst du wie falsch der islam ist doch sportlich fragt ihn bitte wo der heilige geist war bevor jesus kam und ob die juden ihn bekommen haben der heilige geist wurde immer stückchenweise offenbart auf verschiedene propheten und menschen und in der apostelgeschichte gab es ja denn die heilige die ausgießung des heiligen geistes das nennt man pfingsten ja vereinzelt kann der heilige geist auf menschen und hat dann die worte des geistes dann gegeben und bei bei der apostelgeschichte musste durchlesen da sehen wir auf einmal die ausgießung des heiligen geistes und die gaben gnaden gabe die der herr den menschen dazu teil wurde so ist das heftig das ist normal da gebe ich ihm auch recht er hat noch nicht aber er hat noch nicht erklärt wie jesus alle sünden trug oder der jesus christus ist ja sündlos und die bibel sagt wie durch einen menschen die sünde in die welt gebracht wurde adam musste durch einen perfekten menschen die sünde aus der welt getragen werden und das ist jesus er verkörpert den zweiten adam muss die gedanken darüber machen wer jesus christus ist er der keine sünde kann der wurde für uns zur sünde gemacht er kannte keine sünde also ist er fähig genug unsere sünden zu tragen und uns zu versöhnen mit gott dem vater so ist das damit wir wieder ins himmelreich kommen wodurch wir verband wurden und wir hier auf dieser erde sind ja aber derjenige der die frage gestellt hat ich weiß nicht ob der muslim ist im islam ist das so dass du überhaupt keine garantie hast ins himmelreich zu gehen weil allah schon in den länden deines vaters schon vorherbestimmt hat wer für hölle und himmel geeignet ist heftig ne da gibt es eine geschichte da könnt ihr alle mal nachschlagen in sahih muslim müsse das sein 14 62 a glaube ich ist das ich könnte mich aber auch irren auf jeden fall geht es um die geschichte darum dass ein kind der anzahl das sind ja die helfer von mohammad da ist ein kind gestorben das ungefähr das alter von zwei oder drei jahren erreicht hatte also ein alter wo es sei muslim 26 62 genau 14 62 a sie ist habe ich doch recht gab sei muslim 14 62 a ok ok und da geht es darum dass ein kind der anzahl gestorben ist und das alter noch nicht der pubertät erreicht hat oder das alter der sünd dass man sünden begehen kann oder dass man sündigt und dann sagt die eiche auf einmal ganz normal so wie jeder von uns reagieren würde wenn ein kind ist okay dieses kind ist tot aber Gott nimmt es ins paradies auf weil das paradies ja für die kinder ist das kind hat doch niemals gesündigt oder noch niemals das alter erreicht wo man sündigen kann weißt du was die antwort von mohammad ist sagt der oa es könnte auch anders sein weil allah hat diejenigen für das himmelreich vorherbestimmt die für das himmelreich geeignet sind und er hat diejenigen für die hölle vorherbestimmt die für die hölle geeignet sind wahnsinn ne ja wofür bestraft uns denn dann allah im islam weil wir doch sündigen oder nicht ja das konzept des islams geht überhaupt nicht aus das schwach sind blöd haufen ja ja ein kind deswegen kriege ich mich auf ich werde dann immer emotional ich stelle mir gerade das leid dieser eltern vor die gerade vor dem kind da stehen das kind ist quasi nicht mehr am leben vor ihren augen die sind am leiden am sterben vor trauer und dann kommt auf einmal mohammed und sagt oh ihr lieben ihr seid zwar am weinen ich will euch zwar trot schenken aber es kann auch sein dass allah dieses kind in die hölle schickt moment mal dieses kind ist zwei jahre alt das hat kacke in die hose gemacht entschuldigung dass du sprichst das weiß doch gar nicht was sünde ist das hat doch noch niemals gesündigt du sagst mir dass dieses kind nicht in dem himmel ist siehst du dankeschön für deine ideologie ich danke dir ich will nichts damit zu tun haben ja das da ist das ist schon eine heftige geschichte was ist mit sura 354 oder 354 da sagte allah dass er der beste markien ist und marken ist der beste betrüger litten schmied und im arabischen heißt es wo makarou hau makara allahe und sie schmiedet einen list und allah schmiedet einen list und allah ist der beste listen schmied und wenn wir uns das das wort markier mal angucken sehen wir auf einmal in der arabischen bibel dass dieses wort markier für die alte schlange benutzt wird die adam und eva getäuscht hat wahnsinn ne er hat also diesen markier vollzogen allah ist nichts anderes als die alte schlange aus dem garten edin der ist gerade von 1,6 milliarden muslime anbeten lässt das ist allah jetzt habe ich schon mal gesehen wie alle aussieht im arabischen was meinst du wie das aussieht im arabischen ja genau hast du schon mal das wort allah die mal betrachtet wie es aussieht ja ja aber jetzt daraus was das sieht so aus wie der kopf einer schlange und dann kommt der bauch und dann der schwanz ach was ja guck es dir an ja wenn ich das zurück überlege natürlich es ist die alte schlange die aus dem paradies geschmissen wurde der ist hier auf der erde deswegen sagt er auch alhamdulillahi rabbil alamin gepriesen sei der herr der welten und dann sehen wir auf einmal im zweiten korinther brief kapitel 2 fest kapitel 4 fest 4 steht dass satan der herr dieser welt ist ja warte mal allah du bist der herr dieser welt aber in der bibel steht dass der herr dieser welt satan ist ah allah danke jetzt weiß ich wer du bist dankeschön ach so ok 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 ähm er braucht nicht zu verdrehen weil im arabischen gibt es für ein wort zehn unterschiedliche bedeutungen ich habe doch nicht gesagt dass wir hier über bedeutung reden ich habe gesagt betrachtet ihr nur dieses wort allah wie es aussieht der kopf der schlange der bauch und dann der schwanz du siehst es eindeutig macht euch gedanken um eure ewigkeit ich weiß nicht wer mir gerade zuhört aber sobald ihr euch auseinandersetzt mit dem islam werdet ihr merken dass jemand ganz bösartige sich im islam geoffenbart hat und etwas von euch verlangt wo ihr eure morale und ethik und anstand ganz runter fährt und eine bestie werdet so krass ist das ähm warum warum hat gott die schlange mit adam und eva im garten alleine gelassen weil der herr ähm freien willen lässt der herr hat uns ja nicht gelassen dass wir so roboter sind dass wir so die ganze zeit hin und her laufen weil er dann alles so vorherbestimmt hat nein der herr lässt uns den freien willen aus liebe heraus beispielsweise wenn du zum beispiel eine frau hättest die auf einmal du dann sagst so zu ihr dass sie dich die ganze zeit lieben soll ist das dann eine wahre liebe oder lässt ihr die freie wahl dich zu lieben ne das ist ja dann dann wenn ich hier sagen soll was sie zu tun hat lasse ich hier keine freie wahl siehst du und so ist auch gott weil gott uns liebt möchte er das jetzt aus freien stücken heraus unsere eigenen wege gehen und selber entscheiden welchen weg wir gerne gehen möchten möchtest du den weg mit gott gehen dann gehen den weg mit gott willst du den aber mit mit dem bösen gehen dann gehen mit dem bösen ganz einfach eva hat sich verführen lassen gott hat nicht eingegriffen du möchtest es so dann musst du die konsequenzen auch tragen gott ist gerecht siehst du diese gerechtigkeit gottes wie das perfekt ähm im einklang ist mit unserer mit unserem verstand auch aber das was allah da macht ist der absolute wahnsinn weil im sahib buchali steht dass adam und mose darüber debattiert haben und geredet haben in welcher mistlichen lage adam sie gebracht hat da sagt der mose ja du bist es doch schuld dass wir hier sind und in dieser mistlichen lage da sagt der adam warum machst du mich für etwas an was allah schon für mich vorherbestimmt hat dass ich es machen soll siehst du allah ist der uhe über der sünde krass richtig dumm dümmer als dumm man richtig dumm in der bibel macht das absoluten sinn dass gott aus liebe heraus uns den freien willen lässt aber im islam ist es die einzige katastrophe und das ist der knockout überhaupt ja nur dieses gespräch zwischen adam und moses wo sie miteinander am diskutieren sind und der moses den adam anmacht und sagt ja wegen dir sind wir in dieser mistlichen lage gelandet wegen dir sind wir aus dem paradies geschmissen worden da sagt er ich wegen mir allah hat das für mich vorherbestimmt was ich machen soll warum gibst du mir die schuld wofür allah dafür zuständig ist das ist so krank dass man eigentlich weinen müsste aber ja das ist auch wieder so lustig krank mach du dir selber gedanken um deine ewigkeit mein lieber das ist das wichtigste was du machen solltest gott liebt dich und er möchte mit der gemeinschaft haben er will dich retten im alltag fragt man sich dann auch manchmal ab und zu wozu das ganze weißt du das sind das sind aber dann das sind aber dann wieder andere fragen das sind dann wieder fragst du dich ist das ist das sinnvoll was ich hier mache wird mir das später weiterhelfen oder werde ich das später mitnehmen du wirst ja im endeffekt wenn du stirbst wirst ja gar nichts mitnehmen so ist das du wirst also nackt vor gott stehen so wie du geschaffen wurde die einen werden bereit gemacht zum gericht und die anderen werden bereit gemacht zum ewigen leben deswegen sage ich dir an dieser stelle suche die den herrn jesus christus nicht als richter aus suche ihn dir als retter aus hier auf der erde hast du die möglichkeit jesus christus als retter anzunehmen gehst du den tod wirst ihn als richter begegnen und das wird keine gute sache sein also findest du wenn ich jetzt beispielsweise ich sag mal in anführungsstrichen religionslos bleibe sage ich jetzt mal wir sind auch religionslos wir haben wir christen haben gar keine religion gott möchte ja keine religion religion kommen vom widersacher religion haben nichts mit gott zu tun jesus christus macht genau das gegenteil von religion aus liebe heraus möchtest du gott von ganzem herzen lieben folge jesus christus nach möchtest du die nähe gottes suchen folge jesus christus nach möchtest du vergebung deiner schuld geh zu jesus christus so ist das denn in lukas 2 vers 11 steht denn euch ist heute der retter geboren welcher ist christus der jesus der herr ja und im alten testament steht in jesus 43 11 dass es keinen retter gibt als gott alleine denn nur gott kann ja alle menschen retten richtig ja ja da hast du recht aber weißt du gott gott hat ja auch das ganze aber gemacht richtig hat das ganze gemacht und gott weiß ja was seine geschöpfung er braucht und wie er das ganze dann vollzieht ja stimmt stimmt genau ja hier hat das auch jemand geschrieben der art jesus bedeutet gott rettet ja der name jesus aus dem hebräischen jesus heißt er erst uhr hammer schiach und jesus bedeutet gott rettet er ist emmanuel gott mit uns samir du redest nie über jahwe ja wer ist denn jahwe jesus christus selber er ist jahwe im fleisch ich rede nie über jahwe samir du musst du musst hier rausgehen und bei deinem tik tok bei deinem profil musst du selber live gehen und dann warte einfach und ich schicke eine einladung fang an fang an morgen oder heute noch die evangelien zu lesen und lerne christus kennen mein lieber wie heißt du ich heiße lorenz 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 kurde lorenz ich dachte du als hassan oder lorenz auch kula mal ich glaube dir mann gott segne dich und deine familie lorenz dankeschön dich aber auch dich und deine deine familie auch dankeschön hast du noch eine frage ja bitte hast du noch eine frage ansonsten gucke ich dass ich dann hier weitermache ja eigentlich habe ich keine frage ich freue mich eigentlich eher dass wir uns unterhalten haben und da war mir auch eine ehre dass du dir ich will jetzt nicht sagen dass du dir die zeit genommen hast weil du bist ja live aber dass wir uns halt so unterhalten haben und du einige fragen beantwortet das finde ich sehr gut danke erstmal dafür schön dass du gehört hast ich danke dir von herzen siehst du mit so jemandem kann man dann halt ein gespräch führen der zuhört aufmerksam der sich gedanken macht das verinnerlicht und ganz normal da drauf ist aber du siehst ja bei mir kommen manchmal leute rein die tun einen auf so heftig und dann sehe ich auf einmal dass sie nur quatsch erzählen nur blödsinn den ganzen tag reden keine ahnung haben und nur schreiben nur kommentieren die sind dann so wie der gocke kommen die bei mir rein und wollen mir etwas über glaube erzählen über das christentum und islam ich der über 50 videos und live streams gedreht hat wie ich den islam auseinander genommen habe ich wollen die mir was erzählen über islam ich halte zwei stunden lang powerpoint präsentation und zeige von a bis z alles und dann wollen die mir etwas von islam erzählen schämen die nicht so zu mir zu kommen und mir versuchen so etwas über islam zu erzählen wie ist denn der andere noch mit dem du das christian prince oder sowas ja genau und ich aus deutschland das ist dann auch so einer der aufklärt aber halt in seinem ich glaube amerika der erde christian prince ist natürlich der professor aller professoren also die ganzen debatten von ihm sind der absolute wahnsinn der hat gegen hochrangige imame und alle möglichen debattiert man merkt dass er da sein vorteil ist auch dass er sich sehr viel merken kann und auch ein doktortitel in der hand hält hat er wirklich ein doktortitel im islamischen recht ich habe das ja auch gesehen er hat er hat wirklich ein doktortitel aber 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 wie du gerade sagt ist dass er viele in debatten dass er die viele mundtot quasi gemacht hat oder oder halt sachen gesagt hat wo die anderen dann nicht mehr weiter wussten das sind das sind dann so sachen da sollten sich viele dann fragen wie wie kommt das dass die anderen nicht mehr wissen ich habe den leuten ja gesagt ihr wenn ihr mit christian prince redet dann redet ihr eigentlich mit eurem eigenen professor der euch unterricht gibt im islamischen recht so krank ist das er könnte als richter in dem islamischen staat arbeiten als richter er kann also richten über gewisse tippen er kennt sich perfekt aus so wie ein mufti da hat das der hat das wissen von einem mufti ganz einfach heftig heftig ja also ich empfehle jeden von ihm zu lernen wenn ihr euch hinsetzen könnt und ihm zuhören könnt könnt ihr sehr viel lernen aber es ist mühselig weil er auch so einen akzent hat und manchmal sehr mühselig ist ihm zuzuhören aber wenn du es schaffst dann kannst du sehr viel wissen aneignen ich glaube ich glaube genau so wie bei rojali wie rojali wie hat das beste wissen von allen bibel lehrern aber es ist mühselig ihm zuzuhören weil er sehr trocken ist verstehst du sehr sehr trocken und manchmal hat man schläft man schon fast ein weil diese gewisse würze fehlt das hat der roger liebe zum beispiel nicht er hat das beste wissen von allen aber diese gewisse würze fehlt wo man sagt was kommt als nächstes was ist das so weißt du dass das fehlt noch da spannende diese neugierige dank dieser wenn ja nee wie gesagt danke für das gespräch und mein bester ich muss jetzt dann auch wieder weiter dort segne die man an die evangelien zu lesen hol dir eine kostenlose bibel auf kostenlose bibel.de ja werde ich eventuell mal in erwägung ziehen macht das wie gesagt danke für das gespräch ich wünsche dir ein schönes wochenende noch gerne ich dir auch immer das beste für euch für dich und deine familie auch dankeschön um gottes segen tschau ja hammer wundervoll dankeschön bilder ja siehst ihr man kann dann auf so einer basis kann man ein ganz anderes gespräch führen und wurde ich jetzt emotionaler oder lauter oder sowas nein er war eigentlich ein ganz ruhiger und ich war auch in dem moment ruhig wenn ich aber merke dass jemand mich versucht zu in das licht zu führen und mir auf ignorant schaltet dann tut es mir leid dann kann ich nicht anders und ich denke dass jeder von euch dann mit mir hier also das ganze danach vollziehen kann ja man versucht es schon auf der einf auf die einfachste art und weise den leuten so wieder zu geben was machen die daraus nee also ich rede dann von äpfel und die kommen auf einmal mit birnen an so ist das dankeschön ihr lieben dankeschön ich vielen vielen dank ihr lieben dankeschön Dr. Scheech gilt in den Strandurlaub. Ja, natürlich. Ah, ist das schön. Schön in Jannah. In Jannah können wir fliegen. Und mit Hurrell ein Vergnügen. In Jannah, Jannah, Jannah. In Jannah können wir fliegen. Und mit Hurrell... Hallo, mein Lieber. Wer ist mit mir? Wer ist mit Dr. Scheech? Hallo. Okay, dann sing ich weiter. In Jannah, Jannah, Jannah. In Jannah können wir fliegen. Und mit Hurrell ein Vergnügen. Und mit Riesenpalmen pehen jetzt. Mit Riesenpalmen pehen jetzt. Ich wedel ganzen Tag rum. Durch die ganze Jannah. Wer ist euer bester Scheech? In Jannah, Jannah, Jannah. In Jannah können wir fliegen. Und mit Hurrell ein... Komm mit mir, In Jannah. Hier, guck mal. Alleinwer. In Jannah, Jannah, Jannah. In Jannah können wir fliegen. Und mit Hurrell ein Vergnügen. Sven Lau, bester Mann. Ich hab mich tot gedacht, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Die, die da sitzen auf diesem Baumstamm da, irgendwie da in dieser Wildnis da. Als hätten die alle irgendwas genommen. Und dann denkt er mal, entweder können wir fliegen. Und mein großer Waldteufel. Alles klar, Armin. Ja, sag mir. Schon wieder du? Was, du schon wieder du? Was ist das? Schon wieder dieser Doktor? Gott segne dich. Es gibt nur einen Doktor. Das ist Dr. Schech Abu Hamid. Nicht du. Nee, nee, nee. Wir sind gelernt, wir Araber. Komm auf. Was? Sag mir, hör auf, David. Nein, du bist nicht gelernt. Nee. Weißt du sicher? Ja. Weißt du sicher? Ich kann jetzt schon sehen, an deinen Knochen, deine Finger, dass du Frauen schlagst. Nein, ich bin nicht wie Mohammed Oman und Oman und Abu Bakke. Nein. Du wirst es dir jetzt... Oh, du kleiner Waldteufel. Warte, warte, warte. Du bist so ein Teufel, ey. So ein Teufel. Raus mit dir, ey. Ich sing wieder für dich ein bisschen. In Jänner, 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 in Jänner können wir fliegen und mit Hurelein vergnügen. In Jänner... Das ist besser, wenn ich das mache, ey. Ich gehe kaputt, ey. Danke, lieben Doktor. Doktor D. Doktor D. Dethlef D. Soest. Ach ja. Wer möchte hier rein? Wer möchte mit Doktor Cheikh Abu Amir über gewisse theologische Themen debattieren und reden? Wer möchte mit Dr. Cheikh Abu Amir über die theologische Themen reden? Wer möchte mit mir reden? Talk to me. Oder ich sing wieder für euch den ganzen Tag. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen, ihr Lieben. Dann nehme ich nochmal jetzt gerade die Gunst der Stunde und möchte für euch ein gutes Wort mitgeben. Dass der Herr eure Herzen berührt. Möge der Herr euch ganz nahe sein. Möge der Herr ganz nah denen sein, die zerbrochenen Herzen sind. Denn die, die mit Tränen sehen, werden mit Freude ernten. Und so heißt es auch, und das ist ein Trost, die der Herr Jesus Christus uns in der Heiligen Schrift mitgibt, dass wir auf ihn vertrauen sollen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Auch wenn die Zeiten manchmal unerträglich sind. Gerade wenn Menschen um uns herum uns dermaßen vom Glauben fernhalten wollen. Uns irgendwie runter machen wollen. Unseren Glauben schlecht machen. Und ihr wisst ja, diese ganze Palette. Sei es unsere Familienmitglieder, sei es unsere Bekannten, Verwandten, die das nicht verstehen können. Dass der Herr Jesus Christus, was der Herr Jesus Christus in unserem Leben getan hat. Da sage ich euch, seid getrost. Der Herr Jesus Christus sieht eure Probleme. Er sieht eure schwachen Momente. Und er sagt euch, haltet an mir fest. Und ihr könnt nicht verloren gehen. Und ihr werdet Kraft bekommen zu überwinden. Wenn ihr in mir bleibt, so bleibe ich auch in euch. Denn mein Vater, was sagt der Herr Jesus Christus? Mein Vater ist der Weingärtner. Ich bin die Rebe. Und ihr seid der Weinstock. Wer also in mir bleibt, der bringt Früchte. Ohne Ende. Und die Frucht wirst du dann automatisch bringen. Weil der Herr Jesus Christus in dir arbeitet. Amen. Haltet also immer an eurem Glauben an den Herrn Jesus Christus fest. Egal wie schwierig das sein mag. Und wie aussichtslos einige Dinge sein können. Der Herr Jesus Christus sieht alles. Und wird euch auf jeden Fall immer raushelfen. Ach, Jonas ist da. Amir, wie geht's dir, mein Freund? Amir, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Amir. Ja. Bist du im Urlaub oder wo bist du da? Ja, klar. In Jenner, 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 in Jenner können wir fliegen und mit Rudel in Vergnügen. In Jenner können wir fliegen und die Palmen, die wir haben und die Jungbrotchen zerfetzen und jeden Tag in Dung fahren. Und ich fliege zu Chef Israim und ich fliege zu Chef Schweinfurt und ziehe an sich. Ich fahre mit Ferrari, den geht's den ganzen Tag über Chef Schweinfurt. Mit meinen 72 jungen Frauen fahre ich den ganzen Tag platt. Ja, da sind wir schön hier im Paradies. Ich fahre gerade mit meinem Lamborghini, den Chef Schweinfurt dann von morgens bis abends tot. Entschuldigung, TikTok-sportlich. Ja, das ist Paradies-Background bei dir. Ja, genau. Denn ihr wisst ja, alles ist erlaubt in Anlass im Bereich. Alles ist erlaubt. Es gibt keine Grenzen. Ja, du hast ja so viel Arbeit geleistet, da darfst du dir jetzt auch was gönnen im Paradies. Genau. Endlich habe ich es geschafft. Meine erste Mahlzeit in Jannah war eine Art Fischleber. TikTok-sportlich. Niemals vergessen, wie man TikTok-sportlich bleibt. Ja, TikTok-sportlich. Aber warum spannen die eigentlich einen bei TikTok? Wo darf man was nicht mehr sagen? Es kommt immer drauf an, welche Themen du ansprichst und dann auf einmal welche Wörter du dann benutzt. Und dann irgendwann mal reagiert das System. Das ist so eingestellt. Das ist wie so eine KI. Die können ja niemals, die haben ja nicht Millionen oder Milliarden von Mitarbeitern. Das sind also KIs, die halt reagieren auf gewisse Wörter. Das ist das. Ja, deswegen muss man immer so ein bisschen gehobener reden, ne? Eigentlich. Nee, du musst das Ganze umgehen. Du musst dir einen Weg machen, wie du das Ganze umgehst. Und das System so ein bisschen dribbelst. Ja, dribbelst. Ja, ja, ja. Du musst JJ Okocha machen auf diesem System. JJ Okocha. Du musst den Ronaldo raushängen, das mit Messi zusammen. Also du musst kombinieren. Sowieso. Ich habe eine Frage, wann findet wieder die Sitzung mit Mario im Stadt? Ich weiß nicht, wo Mario ist. Vielleicht ist sie auch hier drin. Ich habe dir schon einiges zugeschickt. Die wollte wieder sehr vieles vorlesen für uns. Kommst du demnächst wieder abends online? Ja, ich denke schon. Warum nicht? Ich gehe auf jeden Fall später, glaube ich, nochmal live mit meinem Bruder. Der ist jetzt gerade noch einkaufen und so. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall heftig. Ich habe auch gestern wieder die krankesten Hadith gehört. Ja, ich habe der Mariam schon sehr viel Material geschickt. Die waren wieder schockiert. Die meinte, das kannst du keinem erzählen, was das für ein Glaube ist. Die meinte, das ist das aller, allerletzte, was hier abgeht. Ja, der Allah, der ist ja so heftig, dass er aus seinem Thron, also unter seinem Thron kommen dann so Dings raus, was aus dem PNIS des Mannes rauskommt. Was, ich will es jetzt nicht sagen, aber ihr wisst das alle, was auch in den Boden produziert wird. Das kommt unter Allahs Thron heraus und das Ganze befindet sich in Al-Mustadraq von Al-Sahihain von Al-Hakim. Von Imam Al-Hakim, Band 5, Seite 6, 9, 7. Und da findet ihr das Ganze. Gott, da weißt du, das steht da schon wieder auswendig. In Al-Mustadraq von Imam Al-Hakim. Wie lernst du das eigentlich auswendig? Machst du den Eselsbrücken dazu oder wie? Ja, so in etwa, ja genau. Ich mach mir so ein paar Eselsbrücken. Ich hab aber vor kurzem was herausgefunden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Und zwar soll der Prophet gesagt haben, dass er also den Leuten befunden hat, nicht über sich zu schreiben. Weißt du, was ich meine? Ja, bei so viel Wahnsinn hätte ich auch den Leuten gesagt, ey, meine Leute, die an Dr. Scherer Abouhamed hier teilnehmen an seinem Unterricht, schreib bloß nichts über mich auf. Wenn ich ein ganz, ganz übler Kerl wäre. Andere sagen dann wieder so, ja, damit keine Lügen über mich herauskommen oder sonstiges. Ja, aber ich würde das verstehen, ich würde das verstehen, wenn er das zu seinen Feinden sagt, aber doch nicht zu seinen eigenen Muslime, die ihn lieben. Ja. Das sind doch Muslime, die ihn lieben und sagen, wir sterben für das, oh la la. Weißt du, was das für ein Blödes ist. Er wollte also nicht, dass die Nachwelt herausfindet, wer Mohammed ist, verstehst du? Das ist das. Anders kann man das ja nicht erklären. Wie willst du das denn sonst erklären? Also der Typ hat ein Problem damit, dass seine Taten hochgezwingen werden, verstehst du? Ja. Allerdings, deswegen gibt es ja auch diese Koraniten, die berufen sich ja auf diesen Satz. Dann sagen die, ja, der Prophet hat gesagt, schreib nicht über mich. Und dann sieht man, dass den ganzen Hadithen, da sagen die, es geht nicht, weißt du? Ja, aber wie? Schreib nicht über mich. Wo haben die das denn her? Aus dem Hadith. Aber ich dachte, die glauben nicht an einen Hadith. Siehst du, was für Heuchner diese Koraniten sind? Entschuldigung. Hier, klick den Sport nicht. Also die sind sehr, sehr heuchnerisch unterwegs. Sie lehnen die Hadithen ab, aber sobald es für ihre Ideologie und ihre Agenda in Ordnung ist, benutzen sie es auch einmal. Entweder reicht das auch, um auch gegen sie zu argumentieren, dann akzeptieren sie, sollen sie das akzeptieren. Ansonsten sollen sie niemals ein Hadith so zitieren. Ganz einfach. Ja, ist es. Ja, abgefahrener Quatsch. Auch die Surah 33 Vers 21 ist ein Knockout für die ganzen Koraniten. Weil Allah sagt, ihr habt an dem Vorbild, also ihr habt an dem Gesandten Allahs, Mohammed, das beste Vorbild für all diejenigen, die auf den Tag des Jüngsten durchhoffen. Das heißt also, seine Taten und das, was er in seinem Leben so alles getan hat, ist also das Nonplusultra für jeden Muslim. Alles in die Tat aufzusetzen, was er getan hat. Ja, wie willst du das denn machen, wenn nichts im Koran verzeichnet ist? Also geht das ja gar nicht auf. Ja, stimmt. Normal. Er geht auch nicht. Ja, das war's. Ihr müsst den Koraniten nur Surah 33 Vers 21 zeigen. Das war's. Mehr braucht ihr gar nicht. Ja, ja. Natürlich. Ich würde mich auch schämen, wenn mein Vorbild auf einmal ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und mit neun Jahren dann die Ehe vollzogen hat und empfohlen hat, Kamelurin zu trinken und die Frau von seinem Abbotensohn ausspannt, befiehlt aus Lügen heraus, Menschen eine Nackentherapie zu verpassen, den kritisiere. Ja, natürlich würde ich sowas auch abnehmen. Also von daher, wenn er mir sagt, dass Gott Entenfüße hat und sein Schienbein zeigt und seinen Fuß über die Hölle setzt und so, das ist, ja. Also nennst du eigentlich immer nur Halife, die stark sind oder auch die, die nicht so stark sind? Ja, ich kenne ja die Muslime, die suchen ja nur irgendwann mal irgendwas, wenn ich irgendwas Schwaches dem sage. Deswegen zeige ich ja nur die sechs kanonischen Bücher der sunnitischen Muslime. Das ist sei Buhari, sei Muslim, sondern eben Maja, sondern Nassai, sondern Abu Dawud und sondern Abidawud. Und dann kommt noch Malik Smuwatta und dann kommt noch hier von Imam al-Nawawi dieses, wie heißt das von ihm das Werk? Nee, nicht als Baerb in Nuzul, ist von Al-Wahidi. Von Imam al-Nawawi, warte mal ganz kurz. Ganz entspannt, Dr. Scheef. Ja? Ganz entspannt, kannst ganz in Ruhe nachdenken. Ganz auf Entspannung. Voll. Der hat jetzt eine Sache noch, ich habe heute so gelacht, ich habe ein Video von dir gesehen, ich glaube, das ist schon ein bisschen älter, ne? Da hat sich ein Mann mit dir über die Sure 5, Vers 51 unterhalten, eine Tiktung. Ja. Und da hat er gesagt, da steht ja normalerweise, oh, ihr glaubt, man soll sich die Ungläubigen halt nicht zu Freunden nehmen, ne? Ja, richtig. Das habe ich auch im Internet gelesen und der meinte aber irgendwie, dass sich da um Schutzherren handelt, sagt er sowas? Ja, aber das Wort Aulia bedeutet nicht Schutzherren, sondern Freunde, Aulia. Ja? Ja, das kannst du eine Wortstudie unternehmen, das bedeutet nicht Schutzherren, sondern Freunde. Ah, so. Du darfst niemals, du darfst niemals den Muslimen vertrauen, du musst immer eine Wortstudie unternehmen, immer. Sie lügen in den Übersetzungen vom allerfeinsten. Oh, glaube ich. Ja, man muss das immer genau hinterfragen, ne? Genau so sieht es aus, ja. Wie du gesagt hast. Ich fand früher immer deinen Satz gut. Bloß nichts hinterfragen, immer dumm bleiben auf dem selben Schein. Ja, gut, aber wir Dinge. Hast du auch eine Frage, da hol ich den nächsten rein? Ne, ja, zuerst mal. Ich muss aber langsam Schluss machen. Okay, alles klar. Wir haben den nächsten wieder, ja? Okay, Gott segne dich mal besser. Mach's gut, ciao. Ja, danke, ciao. Ja, Herr Dr. Sica von mir. Er ist richtig nur, red ihn nur. Hallo alle zusammen. Hört man mich? Ja, man hört dich. Gott segne dich und deine Familie, mein Lieber. Ja, super. Ja, Gott segne euch alle. Danke. Genau, das ist Herr Jesus Christus sein mit euch allen. Oh, mit dir auch, mein Lieber. Thank you very much. Ich habe gestern, oder wann das war, oder vorgestern, deine Live mitverfolgt, wo Mariam, so heißt sie doch, gell? Mariam, genau, das ist meine Assistentin. Ja, genau. Wo sie mit drin war. Mariam, meine beste Assistentin. Ja, genau. Meine Schwester und Assistentin. Mit, mit diesem Araber, da wo ihr euch diskutiert habt, über diese eine Suche. Suche 9, 29. Ja, genau. Ich komme, ich musste so lachen, das ist... Er muss dir mal vorstellen, wie betrügerisch der drauf war. Also wir zitieren ihm das aus dem Arabischen. Er kann Arabisch. Er hat also verstanden, worum es da geht. Auf einmal weicht er die ganze Zeit aus und will nur noch Arabisch reden mit Mariam. Da hast du gesehen. Und dann immer so nach dem Motto, so ja, Arabisch ist doch diese Sprache, das und das. Und so im Arabischen muss man das anders deuten und sowas. Aber wenn es darum geht, etwas in der Bibel zu zitieren, dann sagen die, aber das steht doch so da. Ja, ja, das ist so heftig. Merkst du, merkst du das? Deswegen, ich kenne ja meine, ich kenne ja meine alten Glaubensgeschwister. Sie sind so. Sie sind so heftig drauf, das glaubst du gar nicht. Sie legen alles aus, wie sie es gerne möchten. Sie sehen alles so, wie sie es wollen. Sie hinterfragen gar nichts mehr und glauben einfach blind, was dort in sich alles verzeichnet hat, in den Hadithen und in den islamischen Schriften. Blind, das ist blinder Glaube. Und dazu ruft uns die Bibel niemals auf. Genau, und dann sagen sie, die Bibel sei verfälscht und da würde nichts mehr stimmen. Und das und das. Natürlich, es gibt sehr schlechte Übersetzungen, aber ich sage auch so zu meinen christlichen Leuten, so hey, guck mal, was die Muslime machen, die sagen, folgt Mohammed. Dann sage ich so, guck mal, was die Muslime für ihre Religion tun und was viele Christen für ihre Religion nicht tun. Dann denke ich so, guck mal, Jesus kam aus dem Stamm Judah. Er hat Hebräisch geredet. Aramäisch war zum Beispiel die Umgangssprache. Dann sage ich, wieso wollt ihr kein Hebräisch lernen? Da habe ich schon mit vielen Christen drüber geredet. Das, was die Muslime sagen, was Arabisch ist, dann sage ich, dann lest ihr mal Hebräisch durch. Das ist eine Sprache, da kann Arabisch und der Koran überhaupt gar nichts mithalten. Allein schon das Wort Wasser auf Hebräisch, Mayen. Da hast du einfach, auf Hebräisch hat ja jeder Buchstabe, ein Symbol und einen Zahlenwert. So kannst du auf Hebräisch Namen schreiben und zusammenzählen. Und so zum Beispiel das Wort Wasser, da steht das symbolisch, das Mem, das M für Wasserstoff. Das J kann man so, es steht da für Sauerstoff. Das bedeutet J auch noch was anderes. Das heißt auch für Hand, aber in dem Fall chemisch für Sauerstoff. Und dann haben wir noch mal ein M. Und wie wir wissen, die solche chemische Formel von Wasser, H2, das heißt, genau, zwei Wasserstoff, ein Sauerstoff. Und auf Hebräisch, Mayen, sind zwei M's, zwei Wasserstoff, ein J, ein Sauerstoff. Und dann sage ich, so, guck mal an, das ist Hebräisch. Das ist die Sprache, die Gott uns geleben hat. Die erste Sprache der Welt. Und das geht nicht mit Wasser. Ich habe das Vorstand, ich lerne extra Hebräisch. Weil hier ist es auch Hebräisch. Seht ihr, lieben, man merkt auf einmal, wenn sich jemand Gedanken macht, wenn jemand ein Wortstudium unternehmen macht und tut. Und dann siehst du auf einmal die Muslime, ja, was ist mit Markus 13, 32? Ich kann das nicht mehr hören, ey. Markus 13, 32, ey, das ist so krass. Oder Johannes 5, 30. Oder Johannes 17, 4. Oder Altes Testament. Gott ist kein Mensch. Gott lügt nicht. Gott macht sich nicht. Gott ändert sich nicht. Gott macht, ich kann das nicht mehr hören, ey. Das ist Paulus 13, genau. Das ist genau wie Paulus 13. Die zitieren was, wissen aber nicht, worum es geht. Sie wissen weder wer Jesus Christus ist, noch wer der Vater ist. In Sprüche 8, Vers 22, da steht, und ich war, er war von Anfang an bei mir. Er ist aus dem Vater geboren. Er braucht keine Gattin dazu. Er war schon in Ewigkeit dort. Wo ich diese Sprüche, Abvers 22, gelesen habe, dann denke ich so, was ist das für eine Liebe hinter unserem Gott, wo es heißt, und er war auf der Erde und hatte wohlgefallen an den Menschen, hat ihm geholfen. Das ist so eine Liebe, was unser Gott hat. Und diese Kreuzigung, wo geleugnet wird im Koran, stellt euch alle mal vor, der Vater hat seinen eigenen Sohn hingegeben, für unsere Sünden zu sterben. Das hat er uns geschenkt. Wir müssen nur daran glauben und seine Gebote befolgen und ihm nachfolgen. Das kostet uns nicht. Das kostet uns nur den Glauben und aus Liebe zu ihm sollen wir seine Gebote halten. Er hat uns das geschenkt. Wir sind in Sünde verfallen und er schenkt uns seinen Sohn als Vergebung, dass wir ewiges Leben haben. Was für eine Liebe ist, ist das von unserem Gott. Der Herr Jesus Christus sagt ja, hätten Sie mich erkannt, hätten Sie auch meinen Vater erkannt, der mich gesandt hat. Aber Sie haben weder meinen Vater erkannt, noch mich erkannt. Verstehst du, daher weht der Wind. Aha, das Gleichgewinn zur Übertragenden sind auf die Muslime übertragen. Und dann kommen die Muslime und sagen so, ja, aber da und da steht auch Jesus war ein Gesandter. Ich so, okay, ja, natürlich, Jesus war ein Gesandter, aber was bedeutet denn Jesus? Jeschua, das bedeutet Rettung. Es wurde Rettung gesandt. Natürlich wurde Rettung gesandt. Da muss man mal auf den Originalnamen Jeschua zurückgehen. Das wird schon im Alten Testament beschrieben und er wird uns Jeschua schicken. Rettung, das bedeutet Rettung. Der Name des Sohnes, bevor seine Menschwerdung war ja nicht Jeschua, sondern es war derselbe Name, wie der Vater hat. Yahweh, das war sein Name von Anbeginn. Nur an der Zeit, ich bin der, wo ich bin. Genau, der ist die Rettung. Ich meine, ich bin ehrlich, mit keiner, der an die Trinität glaubt, aber ich sage, das geht nicht. Ich erkläre dir das kurz. Unser Götterbild, muss ich sagen, ihr habt drei Götter, aber ich sage, wir haben keine drei Götter, es ist ein Gott, aber der Vater und ich sind eins, sagt Jesus. Und er sagt ständig mit dieser Bindung, die er zu seinem Vater hat. Und so sage ich, okay, der Heilige Geist ist etwas, der ist von Gott. Aber ich sage, er ist keine Person der Trinität. Okay, ich beweise, dass er selber Gott ist. Willst du das? Haben wir schon viele gezeigt, da gibt es Bibelstellen, in der Schlacht, wo zum Beispiel drin steht, und es sind drei, die Zeugnis ablegen. Na, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Da gibt es so viele Stellen, wo ich gesagt habe, du hast die Bibel zur Hand. Da hast du die Bibel zur Hand. Ich rede noch mit dir und möchte das noch zeigen. Eigentlich darf ich nicht mehr mit dir zeigen. Moment, ich habe 1, 2, 3, ich habe 8 Bibeln da. Welche überschleichen mit der Schlachter 2000 auf. Ja, Moment. So, jetzt hat man die Seite. Hast du? Ja, ich habe sie. Apostelgeschichte, Kapitel 5. Moment. Apostelgeschichte. Was hast du gesagt, 5, gell? Ja, 5. Kapitel 5, Vers 1 bis 4. Lies uns das mal bitte vor. Ein Mann aber mit Namen Ananias verkaufte ein Grundstück zusammen mit seiner Frau Saphira und schaffte etwas von dem Erlös für sich beiseite mit Wissen seiner Frau. Und er brachte einen Teil davon und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Wen hat er belogen? Wen hat er belogen? Dass er den Heiligen Geist belogen hat. Okay, halten wir fest. Ananias hat den Heiligen Geist belogen. Weiter. Und von dem Erlös des Gutes etwas für dich auf die Seite geschafft hast, hättest du es nicht als dein Eigentum behandeln können. Und als du es verkauft hattest, war es nicht in deiner Gewalt. Gott, warum hast du denn in deinem Herzen diese Tat beschlossen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Stopp, stopp. Wenn also Ananias den Geist belogen hat, wer ist denn der Geist, den der Ananias belogen hat? Der Heilige Geist. Ist? In dem Fall Gott, ja. Aber jetzt pass auf, das zeige ich dir, warum ich da ein bisschen skeptisch bin. Natürlich, Jesus sagte auch. Du siehst gerade, dass deine Ansichten gegenüber dem Heiligen Geist absolut nichts mit der Bibel zu tun haben. Nein, aber ich sage nur eine Kraft, die ausgeht vom Vater oder sonstiges. Nein, nein, der Heilige Geist ist Gott selber, der uns in alle Wahrheiten führt. Und deswegen halten, bitte. Warte kurz, warte kurz. Das, was wir haben als Heiliger Geist empfangen, der, wie Jesus selbst sagt, lasst euch taufen, damit ihr den Heiligen Geist empfangt. Und deswegen, was hat er gerade eben gelesen? Was hast du gerade eben gelesen? Wen hat Ananias belogen? Dass er den Heiligen Geist belogen hat und danach hat er Gott belogen. Aha, siehst du, siehst du, der Heilige Geist, der Ananias hat den Geist belogen und der Geist ist selber Gott. Merkst du? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott hast du belogen. Genau, den Geist und damit Gott, ja. So sagt ja auch Jesus. Deswegen musst du dir nochmal Gedanken machen. Die Trinität ist nicht irgendein Märchen-Kirchen-Konstrukt, das die Kirche in die Welt gerufen hat oder das beim Konzil von Nizia irgendwann. Die früheste Glaubenslehre der Jünger und der nachfolgenden Generationen. Du kannst das alles, du kannst sofort eine Studie, du hast doch das Internet zur Verschöbung. Ja, ich weiß, ich weiß, ich bin dran. So, der Schüler des Apostels Johannes, der uns eindeutig das Ganze ja auch noch mitgibt in seinen Werken, dass sie absolut an den dreieinigen Gott geglaubt haben. Verstehst du? Das ist also der Glaube der ersten Christengemeinde. Dass Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der ins Fleisch gekommen ist. Bezeugst du diese Lehre nicht, nimmst du irgendjemanden die Gottheit weg, so wirst du in deinen Sünden sterben und du hast keine Vergebung deiner Schuld. Du kannst noch so sehr Jesus sagen. Da wird der Herr sagen, ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Nur mein Ding, überdenke nochmal deine Ansicht über die Bibel. Wie soll ich das erklären? Es ist die Trinität. Damit, so wie ich sie gelehrt bekommen habe, wird der Sohn und der Vater auf eine Stufe mit dem Heiligen Geist gestellt. Wodurch Jesus oft genug sagt, mein Vater ist höher als alle und höher als die. Ja, okay, das sagt er, aber in der menschlichen Form. Du darfst da die menschliche Komponente des Herrn. Ja, natürlich. Und leugnen. Du hast ja den Schlüsselvers in Philippa 2, Vers 6 bis 11. Denn wir sollen so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, ist nicht für ein Raubfest, Gott gleich zu sein. Sondern er äußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Du darfst die völlige Kenosis Gottes nicht außer Acht lassen. Jesus Christus war der allmächtige Gott schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er wurde Mensch. Das heißt nicht, dass Gott seinen Sohn, so wie wir das verstehen, in diese Welt sandte, dass er mit einer Frau irgendwie jetzt intim werde, damit der Sohn jetzt auf einmal kommt. Nein. Gott, der Sohn, hat sich losgelöst von der Heiligen Trinität und kam in das Seine. Und deswegen hat der Herr Jesus Christus als Mensch den Vater natürlich erhöht und verherrlicht und hochgehoben und ihn als höher gesehen. Aber im Wesen sind sie der ewig gleiche Gott. Das darfst du niemals außer Acht lassen. Aber das Ding, wo ich mich drauf noch beziehe, sind die anderen Dinge. Zum Beispiel in Genesis, ganz am Anfang, wo es immer heißt, es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Da wurde aus zwei eins oder Mann und Frau sind vor Gott ein Fleisch. Und da sind so viele Stellen, wo es immer aus zwei eins ist. Wie Jesus gesagt hat, der Vater und ich sind eins. Er hat nicht gesagt und der Heilige Geist. Ich sage aber auch nicht, dass der Heilige Geist nicht göttlich oder Gott ist, sondern ich sage nur, diese Trinitätslehre, wie ich sie kennengelernt habe. Ich muss auch sagen, der eine hat mir das so erklärt, der andere so. Dann sage ich so, nein, ich mache das nicht so, sondern jeder hat sein eigenes Ding. Der Vater ist der Allmächtige, überall Entstehende, der Sohn, der einzige Mittler der Christus. Also hast du zwei Götter, du bist also festgefahren in einer Ehelehre. Du hast also pluralistische Geist. Das haben schon viele gesagt, aber ich habe gesagt, in der Bibel steht ja auch, es gibt nur einen Mittler zwischen uns und dem Vater und das ist der Christus. Das ist der Mensch, Jesus Christus. Ja, das ist mir alles der erste Motiv, Kapitel 2, Vers 5. Ich habe doch gerade zu dir noch den Schlüsselvers in Philippa 2 vorgelesen. Bleibt da nichts hängen bei dir oder ich habe dir das doch gerade erzählt mit der Philippa 2. Wer ist der Retter im Alten Testament? Wer ist der Retter? Der Retter ist immer Jesus. Aber im Alten Testament sagt doch Gott in Jesaja 43, 11, ich, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ja, und wer ist der ich? Der war Jesus, der Sohn des Herrn. Also, Jesus Christus ist der Allmächtige Gott aus dem Alten Testament. Genau, genau. Er hält nicht irgendein Untergott oder Übergott. Nein, er ist gleichgestellt mit dem Vater und dem Heiligen Geist. A, A, A und nicht A, B, C. Verstehst du, so eine Rangordnung in der Alten Testament? Bloß, dass ich das C, den Heiligen Geist, nicht als Teil der Trinität sehe. Der Vater, der Sohn, eine Art. Habe ich dir gerade eben bewiesen, dass der Heilige Geist Gott überdenkst du dann nochmal deine Sichtweise gegenüber dem Heiligen Geist? Ich forsche danach. Ich bin dir ehrlich, ich folge mir sehr, sehr, sehr viel nach über das Allmächtige. Ich bitte dich letztlich nochmal auseinander damit, das ist kein Kirchenkonstrukt. Du bist ein Irrleere festgesteckt, wo du nur ganz schnell wieder rauskommen musst, mein Lieber. Ja, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 5 verschiedene Bibelversetzungen, zum Beispiel meine Lieblingsbibliothek Übersetzung, die Luther von 1522. Da muss ich an einer Stelle sagen, da sind Dinge, die hier drinnen stehen, die in der Neueren etwas angepasst worden sind an das Deutsch. Aber dort stehen zum Beispiel in Markus 7, wo es die Christenheit versteht, dass Jesus alle Speisen für rein erklärt hat. Und da steht, es ist nichts, was in den Menschen hineingeht, was ihn unrein macht, sondern was aus ihm rauskommt. Und in der Luther 1522 steht, und nichts, was von außen in den Menschen hineingeht, macht ihn gemein, sondern das, was von seinem Herzen kommt, macht ihn gemein. Da steht gemein und nicht unrein. Ja, du kannst ja selber eine Wortstudie unternehmen. Das habe ich den Leuten ja auch erklärt, unter bible.hub.com. Da kannst du eine Wort-für-Wort-Studie unternehmen. Da kannst du jede Übersetzung erstmal weglassen. Wenn du ein Problem damit hast, was das Wort wirklich bedeutet, da wird das griechische Wort dir gezeigt, um was es auch wirklich bedeutet. Also kannst du das auch... Einfaches Beispiel. Der Herr Jesus Christus sagt ja auch im Lukas-Evangelium, dass wir unsere Eltern hassen sollen. Richtig? Er sagt ja, wenn nicht jemand sein eigenes Leben, seine Mutter, sein Vater, seine Kinder und alles, was er hat, hasst, der kann nicht zu mir gehören. Was ist aber mit Hass gemeint? Ich habe sofort eine Wortstudie unternommen. Aber dieses Hass wird dort erklärt als weniger wertschätzen. Das wurde also wirklich schwach übersetzt. Man kann es nicht mit Hass übersetzen, sondern weniger wertschätzen. Und da sehen wir auch, dass sich innerhalb dieser Übersetzungen immer etwas reingeschlichen hat, was den Sinn verzerrt. Weil der Herr Jesus ruft ja nicht auf, unsere Eltern zu hassen. Nein, der Herr Jesus Christus sagt nur, wer seine Eltern mehr wertschätzt als mich oder wer seine Kinder mehr wertschätzt als mich, der kann nicht zu mir gehören. Und da hat er recht. Der Herr Jesus Christus hat sein Leben für uns gegeben. Richtig? Deswegen ist es nur gerecht, dass er die vollkommene Liebe erfährt, die er uns zuteilwerden hat lassen, oder? Genau. Er sagt ja, du sollst den Herrn, deinen Gott von deinem ganzen Herzen, von deinem ganzen Denken mit deiner ganzen Seele lieben. Das ist das Wurstegebot. Genau. Und daher bitte ich dich, dir selber Gedanken zu machen. Ich mache mich da schnau, ich forsche danach. Genau. Okay, alles klar. Mach's gut, mein Lieber. Jawohl. Okay, ciao. Ciao. Ja. Als ich das gerade gehört habe, war ich natürlich ein bisschen irritiert und schockiert. Da seht ihr mal, jemand kann auf einmal sehr gute Dinge sagen, wo du dann auf einmal sehr angetan bist davon und auf einmal prüfst du weiter und dann auf einmal hörst du, ja, aber ich glaube nicht an die Trinität. Und dann war das wie so ein Schock für uns alle. Habt ihr gerade ihn gesehen? Wo wir gedacht haben, das kann doch nicht sein. Der redet so gut und so, aber der kennt die Trinität nicht. Und dann habe ich ihm gezeigt, dass der Heilige Geist nicht nur eine Kraft ist, sondern Gott selber ist. Und das könnt ihr euch merken. Ich habe euch das ja beigebracht. Diese drei simplen Verse kann sich jeder merken. Da könnt ihr euch eine Eselsbrücke bauen. Das ist einmal Johannes 17, 4. Der wahre Gott ist der Vater. Und dann haben wir erst Johannes 5, 20. Den wahren Gott ist der Herr Jesus. Und dann haben wir auch Gott, den Heiligen Geist. Und das ist in Apostelgeschichte 5, 1 bis 4. Diese drei Verse beweisen uns eindeutig, dass innerhalb der Gottheit alle drei derselbe ewige Gott sind von her je. Und das sehen wir auch im ersten Buch Mose. Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bilde. Und der Herr sprach durch sein Wort und es ist alles geschehen. Du siehst also, dass Gott da war, das Wort und der Geist Gottes schwebt über dem Wasser. Du siehst also, dass drei schon in der Schöpfungsgeschichte am Werke waren. Nur ein ignoranter Mensch, der nicht begreifen will und der das Ganze leugnet. Der wird auch dahin gehen, wo Ignorante hinkommen müssten. Aber wir möchten natürlich nicht, dass du ignorant bleibst, sondern lernst. Was war das? Also nochmal, hier auch für euch. Du hast einmal den wahrhaftigen Gott im Vater, das ist Johannes 17, 4. Dann hast du den Sohn Gottes in 1. Johannes 5, 20, den wahrhaftigen Gott und das ewige Leben. Und du hast Gott, den Heiligen Geist, in Apostelgeschichte 5, 1 bis 4. Merkt euch das. Nicht alles, ja. Hallöchen Amir, wie geht's? Hallo, mein lieber Gott, segne dich an deine Familie. Ich hoffe, ich habe das jetzt neulich, also so zwei, drei Minuten her, jetzt reingekommen. Worüber habt ihr so genau geredet, damit ich so den Kontext verstehe? Wir haben querbeet über alles geredet. Hier kam gerade jemand rein, der die Trinität so ein bisschen geleugnet hat, und da habe ich den ein bisschen aufgeklärt. Und dann haben wir allgemein über Islam gesprochen, dass der Islam so einen dämonischen Ursprung hat, dass der Engel Gabriel nicht der Engel ist, der Mohammed begegnet ist, weil der Engel Gabriel in der Bibel niemanden irgendwie verletzt oder gar erwirkt, wie bei Mohammed. Und Mohammed selber sagte, ich hatte einen Dämon gewirkt und so. Also, ja. Ich habe kein festes Anliegen, wollte ein früchtetragendes Dialog vielleicht mit dir spielen. Und du hast ja gerade das mit dem Abbilder dieses Menschen so als Vergleich für die Trinität genutzt. Also lasst uns Menschen machen nach unserem Abbild. Da hast du erwähnt, dass der Heilige Geist dort erwähnt wird. Das Wort spricht Jesus und der Vater. Aber in diesem Vers wird nicht erläutert, was für einen Zusammenhang oder Verhältnis, die miteinander haben. Verstehst du? Vielleicht kann man dadurch eine Trinität schlussfolgern. In der Bibel heißt es ja, komm mal, in der Bibel heißt es ja, warte ganz kurz, in der Bibel heißt es ja in Johannes-Evangelung, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Du siehst ja, ist das Wort von Allah ewig oder erschaffen? Wie bitte? Ist das Wort von Allah ewig oder erschaffen? Ich denke, dass das Wort eine Eigenschaft beziehungsweise Attribut des Vaters ist und somit auch ewiglich, weil der Vater perfekt ist und unveränderlich. Wenn das nur eine Eigenschaft ist, würde die Heilige Schrift in Johannes-Evangelium nicht sagen, im Anfang war das Wort, das lässt du mich mal reden, wenn das nur eine Eigenschaft wäre, würde der Evangelist Johannes niemals sagen, im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und wenn du zu Vers 14 gehst, steht da, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Du siehst also, Gott war das Wort selber, er nahm Fleischgestalt an und kam hier in das Seine. Siehst du? Ich kenne so, der Begriff Gott wird natürlich einmal für den Vater verwendet und einmal auch für Söhne Gottes, Götter, also für Söhne Gottes, Entschuldigung, wie wir im Psalm, Kapitel 82, Vers 6 lesen können. Und warum gesagt wird, am Anfang war Gott, etc. Da steht zum Beispiel, am Anfang der Schöpfung ist immer das Wort Gottes, wie wir im Psalm 33, Vers 6 lesen können. Sinngemäß, da steht so viel, wie das alles durch den Hauch des Mundes des Heiligen Vaters entsteht. Und in Ezra, Kapitel 1, Vers 1. Ja, aber wer ist denn das Wort Gottes? Ja, aber wer ist denn dieser Hau? Wer ist denn dieser Hau? Jesus, könnte man auch sagen. Genau, also hat Gott der Vater, also hat Gott der Vater durch einen Propheten, weil hier sagt er, Jesus wäre ein Prophet, also hat Gott der Vater die Welt durch einen Propheten geschaffen oder durch sich selber? Wie bitte? Wäre das nicht schick zu behaupten, dass Gott durch irgendeinen als nur durch sich selber das gesamte Universum erschafft? Weil du hast ja gerade gesagt, Jesus ist ja das Wort von Gott. Darf ich kurz rein und wieder raus, weil ich höre sehr schlitzend. Ja. Darf ich kurz rein und wieder raus, weil ich höre sehr schlitzend. Ja, danke. Ich rede ein bisschen. Das ist doch gut. Hallo. Hallo. Ja, ich spreche lauter. Ja, wie geht's dir? Ich spreche lauter. Hörst du mich jetzt? Ich höre dich ganz leise. Komisch. Jetzt besser? Nee. Immer noch nicht. Guter? Ich höre den voll leise. Ist nichts los. Ex-Moslem, ich habe eine Frage an dich. Ich verfolge dich schon lange. Hast du generell was gegen Moslems? Oder ist das, was du da immer redest, wie soll ich das sagen? Hast du nur gegen bestimmte Zeilen was? Ich habe überhaupt nichts gegen Muslime. Habe ich schon mal gesagt, dass ich irgendwas gegen Muslime habe? Nein, nein. Deswegen, ich frage ja nur. Naja, deswegen. Ich sage, ich habe nur gegen die Lehre des Islams was. Weil du kannst ja nicht einfach eine Lehre dulden oder nicht etwas dagegen sagen, die dazu aufruft, Andersgläubige halt zu unterdrücken, TikTok-sportlich natürlich. Ja. Okay, das war nur meine Frage. Mehr habe ich nicht. Okay. Ich gehe nochmal raus und komme nochmal rein, oder was? Okay. Bis dann. Okay, mach's gut. Ciao. Ich habe den voll leise gehört. Ihr habt den gut gehört? Hallo. Ja, warte mal. Das Senat Anti-Rafi da. Ja, komm mal rein. Ich war nie ein Muslim. Mal gucken, wie viel Wissen du über den Islam besitzt. Hast du jemanden Neues reingeholt? Bitte? Hast du jemanden Neues reingeholt? Ja. Oh, meine Siegbarkeit wurde eingeschränkt. Was ist das denn? Hier bin ich. Hier bin ich. Wer weiß mal, dass du eigentlich was? Was möchtest du denn? Okay, sag mal Tishaud. Was? Sag Tishaud. Bitte was? Jeder Muslim weiß, was ein Tishaud ist und ohne Tishaud gibt es kein Gebet. Sag mir mal den Tishaud, wenn du ein Muslim bist. Was? Dann soll ich dir Al-Fatih vorrezitieren, oder was? Ich habe nicht gesagt Al-Fatih. Tishaud. Was willst du, dass du die Schahada aufsagen, oder was? Das ist kein Schahada. Okay, mach mal Al-Tahiyyatu lillahi wassalabatu wastayyibat. Mach mal bis Ende. Was? Mach mal Al-Tahiyyatu lillahi wassalabatu wastayyibat, weil ohne den gibt es kein Gebet. Kannst du das machen? Ohne das gibt es kein Gebet? Nein, Gebet ist ungültig. Jeder Muslim, der betet, muss das sagen. Ach, das muss er sagen? Ja, also sag mal. Wer weiß mal, dass du ein Muslim bist? Wenn man sagt, A'udu billahi minas shaitan rajim, oder was? Nein. Bura? Bura? Bura, du bist ein Muslim. Hast du das erklärt? Ey, ist das dein Herz? Was? Nein, er versteht dich nicht, glaube ich. Nein, nein, das versteht schon. Das versteht schon, aber du machst nie ein Muslim. Warum machen die Leute an? Mein Lieber, erzähl keine Blödsinn hier, Mann. Wenn du möchtest, kann ich dir die ganzen Suren rezitieren, wenn du willst. Das ist gar kein Problem. Okay, warte mal. Wie ist mal die erste Sure, die von Bart worden ist? Wie ist das? Sure 96. Lies sie mal. Hä? Lies sie mal vor. Habe ich recht gehabt, ja oder nein? Aber du hast gesagt, du bist lieb. Habe ich recht gehabt, ja oder nein? Die Sure ist richtig, aber lies sie mal vor. Ah, jetzt habe ich auf einmal recht gehabt, Senat. Nein, ich habe was anderes am Anfang gefragt. Habe ich recht gehabt, wenn du dich und ich sagst, ich habe einmal recht gehabt, ne? Mein kleiner Rafi da, Anti-Rafi da. Hey, du bist noch nie ein Muslim. Nur du bist Muslim. Nur es gibt uns nicht als Muslim. Nur du bist Muslim. Es gibt gar keine Muslime hier auf der Welt. Du bist der einzige Muslim. Ein Käfir, der sagt, ein Käfir, der sagt, eben Omar ist ein Käfir. Mach mal, mach mal, guck mal. Mach mal, mach mal. Der hat seine eigene Sahaba beleidigt als Kuffar. Nein. Nein, nein, guck mal, du wusstest nicht, was... Es ist alles im Internet gelandet. Die Shia haben den so auseinandergenommen. Der hat zugegeben, dass eben Omar ein Käfir ist. Nicht Themawechsel, beweistest du ein Muslim was. Reicht es dir nicht, dass ich die Al-Fatir kann? Reicht es dir nicht, dass ich als Surat Al-Kawthar kann? Reicht es dir nicht, dass ich dir die ganzen Sachen kann? Reicht es dir nicht, dass ich dir die ganzen Sachen kann? Reicht es dir nicht, muss ich ein Atomphysiker sein oder was im Islam? Okay, warte. Du weißt doch, Gebetswaschung, gell? Du weißt, okay. Was muss man nach Gebetswaschung sagen? Man muss sagen, danke Allah für den Palmen-Tien jetzt. Dankeschön, dass ich eines Tages in Jemina bin und wir dann Jungferleutchen zerfetzen. Danke. Was interessiert das jemanden, was man nach dem Gebet sagt? Jeder Muslim nach Gebetswaschung weiß, was er sagen muss. Das ist unglaublich. Als würde es jemanden interessieren, dass jemand weiß, was nach Gebetswaschung kommt. Das ist wichtiger, viel mehr zu wissen, was theologisch sich in dem Islam befindet. Das sind so kleine Sachen, die niemanden interessieren, Mann. Keinen interessiert, ob du kurz, ob der Satan deine Anushaare rausnimmt aus deinem Gebet. Erzähl uns das mal lieber. Das ist viel wichtiger. Guck mal, es gibt kein Gebet. Du darfst dich dein Gebet nicht nähern ohne Gebetswaschung. Warum hat dann Mohammed ohne Voodoo gebetet? Warum? Warum hat Mohammed ohne Voodoo gebetet? Beweis es. Beweis es sofort aus Saibukhari. Warte. Okay. Richtig. Okay, komm, beweis es. Wer hat ohne Voodoo gebetet? Das ist fein. Ich würde dir. Er war noch nie ein Muslim. Da liegt die Leute an. Da ist er von Iran gekommen, natürlich. Er hat gesagt, ich bin Christ, damit er Aufenthalt bekommt. Das, weil viele werden, viele verlassen den Islam, damit er Aufenthalt bekommen. Viele. Und da ist einer von denen. Und er wusste nicht mal, wie Tashahud geht. Guck mal, jeder Muslim muss sogar richtig aussprechen, wie At-Tahiyyatu lillahi wa s-salawatu wa t-tayyibat. Wenn er das nicht mal richtig ausspricht, sagen die Gelehrte sogar, für das ist ein Gebet ungültig. Und nicht mal das kann er. Und wer war ein Muslim, er lügt die Leute nur an. Da war noch nie ein Muslim. Aber Sinat. Ja. Sei mal ruhig. Was erzählst du hier für einen Quatsch, Mann? Geh einfach raus, Bauer. Erzähl nicht hier so einen Quatsch. Richtiger Dorftrottel, ehrlich. Entschuldigung, dass ich das sagen muss. Der selber sagt, dass Ibn Umar ein Kefir ist. Der sagt zu den Schiiten, ich habe mich totgelacht. Da sagt er zu den Schiiten, wenn jemand behauptet, dass der Koran unvollständig ist oder irgendwas fehlt aus dem Koran, ist ein Kefir. Auf einmal siehst du, dass in Sa'i Buchari steht, dass Umar sagte, dass der Steinigungsvers fehlt. Und dann sagen die, du hast doch gerade eben gesagt, dass jemand, der behauptet, dass ein Vers im Koran fehlt, ein Kefir ist. Sagt er ja, dann ist Ibn Umar auch ein Kefir. Was für ein Typ. Der hat einfach Ibn Umar beleidigt. Dann sagt er zu mir, ja, aber Armin, du musst das Schahud kennen. Du musst den Mohammed in deinen Gebeten erstmal preisen und all seine wundervollen Taten und alles Mögliche. Dann bist du erst ein Muslim. Aber wenn Mohammed selber Wudu vergessen hat, das ist kein Problem. Ohne Wudu hat er gebetet. Ich kann nicht mehr so lange bleiben. Ich gehe auch gleich duschen. Ich wollte diesen Hadith finden. Das ist schwierig, den zu finden, aber der ist da. Mohammed hat ohne Wudu gebetet. Also im unreinen Zustand. Der Mohammed hat ja auch gesagt, wenn ihr betet und kein Wasser findet, dann reibt euch mit Erde ein. Ja, aber wie ist das denn zu spüren? Ist das denn möglich? Er hat ein bisschen noch dreckiger als vorher. Aber Bruder, also ich glaube, er meinte, dass mit Tashahud, du kennst ja, wenn man im Gebeten... Ich weiß, du musst erstmal Friede sein mit dir auf den Propheten und diese ganzen Zeugs da, Mann. Ich kenne das alles. Aber für jemanden, der kein Arabisch spricht, ist das doch erstmal schwierig. Verstehst du, was ich meine? Aber die ganzen anderen Abläufe wie Al-Fatih, Al-Kausat und diese ganzen Sachen, kenne ich doch alles. Alles kenne ich. Auch hier mit Shorat al-Ikhlas und sowas. Das muss ja wenigstens einen Muslim draufhaben, der behauptet, mein Muslim gewesen zu sein. Das ist doch das Wichtigste überhaupt. Ja, das Mindeste, ja. Ja, also, der Typ, der kommt einfach hier rein und will so einen auf Gockel spielen, merkst du? Und der wurde so oft schon von den Schiiten so auseinandergenommen. Ich habe mich totgelacht. Der hat einfach Ibn Omar als Kafir betitelt. Glaubst du auch, dass der Koran vollständig ist? Und wenn jemand sagt, dass der Koran unvollständig ist, ein Kafir ist? Wenn man heute, wenn mir jetzt jemand zu mir kommt und sagt, der Koran ist nicht vollständig oder hat Korruption erlitten, der ist ein Kafir. Ja, und die Schiiten haben ihnen gezeigt, dass der Steinigungsvers aus dem Koran entnommen wurde. Er befand sich im Koran, aber zur heutigen Zeit ist er nicht mehr da drin. Wer hat den Steinigungsvers ausgeholt? Wahrscheinlich hat das mit Abrogation oder auch Wortwahl zu tun, je nachdem. Wer weiß, was passiert ist, eine Ziege kam und hat den Steinigungsvers gefressen. Ah, ich kenne diesen Hadif. Ja. Sondern eben Marjah 1974. Äh, 1944. Ich muss die Widerlegung dazu noch aufschlagen. Aber ja. Aber die Letzte, was du noch sagen wolltest, was ist deine Meinung zu Markus, Kapitel 12, Vers 29 bis 34, wo Jesus mit einem Juden spricht? Und er halt, um es zusammenzufassen, das Gotteskonzept, also die monotheistische Sicht der Juden über Gott bestätigt. Besonders im Vers 34, wo er sagt zu dem Juden, Jesus a.s. Du bist nicht weit entfernt vom Reiche Gottes. Was ist deine Meinung dazu? Ja, der bestätigt doch ganz normal, dass der Glaube an den einen Gott der wahrhaftige Glaube ist. Aber er hat nie verneint, selber Gott zu sein. Du siehst doch, dass die Jünger ihn auch angebetet haben. Du siehst doch, dass er Dinge getan hat, die nur Gott alleine tut. Als er in Markus 2, Vers 5 den Menschen ihre Sünden vergibt. Wer außer Gott kann Sünden vergeben? Kannst du das erzählen? Es gibt doch einen Vers, wo gesagt... Kannst du mir kurz antworten? Kannst du mir kurz antworten? Gott vergibt Sünden. Aber in einem anderen... Wie kann Jesus Christus Vollmacht haben, Sünden auf Erden zu geben, wem er will? Wegen Matthäus 28, Kapitel 18. Kannst du mir erst mal darauf antworten? Wie kann Jesus, der ja nur ein Mensch ist, der ja nur ein Prophet ist, Sünden vergeben? Ist das nicht Schilk und Blasphemie, sowas zu tun, wenn man nicht Gott allein selber ist? Ja, es wäre Blasphemie. Zweitens, er kann... Was hat also Jesus getan? Hat Jesus beansprucht, Gott selbst zu sein? Ja oder nein? Nein, aber er hat Sünden vergeben. Wer kann Sünden allein vergeben? Gott. Wer ist Jesus in dem Moment? Nicht Gott, der Menschen so. Darf ich kurz erklären, bitte, Bruder. Merkt ihr, wie das Hirn auf einmal geschaltet hat? Oh shit, ja, der Arme hat recht. Wenn Jesus also Sünden vergibt und nur Gott Sünden vergibt, dann behauptet ja Jesus selber, Gott zu sein. Also darf ich jetzt nicht sagen, dass Jesus Gott ist, weil das wäre natürlich Blasphemie. Ach nee, bitte, ich bin doch nett zu dir. Aber hast du mir gerade selber gemerkt? So gibst du. Du musst schon zugeben, als ich auch die Bibel gelesen habe, habe ich gemerkt, dass Jesus Christus die ganze Zeit beansprucht hat, Gott selbst zu sein. Und das haben die Juden ja auch erkannt in Johannes 10, 33. Darf ich kurz aussprechen? Ja. In Matthäus Kapitel 28, Vers 18 sagt doch, der Menschensohn hat alle Autorität über Himmel und Erde gegeben. Also ihm wurde es gegeben. Er hat die Autorität über Himmel und Erde und dementsprechend kann der Menschensohn auch Sünden vergeben, weil er die Autorität von Gott bekommen hat. Verstehst du? Aber Gott teilt seine Autorität dann mit einem Menschen, der lässt ihm dann Sünden vergeben und so. Wäre das nicht Schilk und Blasphemie zu behaupten, dass Allah mit einem normalen Wesen seine Eigenschaften teilt, die nur ihm alleine gebühren? Wenn es in der Bibel so steht, dann juckt es uns Muslimen ja weniger. Aha, das juckt euch also nicht, ne? Damit du weißt, dass der Menschensohn Sünden vergeben kann, wem er will. Du siehst also. Wer kann außer Gott ewiges Leben geben? Was meinst du, was die Antwort darauf ist? Der Vater. Durch den Vater bekommen wir ewiges Leben. Wer kann uns ewiges Leben geben? Also Gott, der Allmächtige. Okay. Warum sagt Jesus Christus selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Sie sind meine Schafe und ich gebe ihnen ewiges Leben. Kann ein normaler Prophet sagen, ich gebe dir ewiges Leben, wenn du an mich glaubst? Oder kann das nur Gott alleine? Durch den bekommen wir es ja zum Beispiel. Ein König, der einen Diener hat, verstehst du? Dann sagt trotzdem der König, ich oder wir haben das gemacht. Verstehst du? So ist das quasi zu verstehen, die Sohnschaft von Jesus Christus. So ist das zu verstehen. Wenn jemand behauptet, er sei das Leben und die Wahrheit, sind das nicht zwei der Namen von Gott, die sich kein normales Geschöpf geben darf? Al-Haq und Al-Hayat? Al-Haq und hast du Licht oder egal? Auch Al-Nur. Wer darf sich außer Gott Al-Nur nennen? Niemand. Außer Allah. Warum nennt sich Jesus Christus in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt? Ich bin Al-Nur. Keine Ahnung. Weil er Gott selber ist. Du schwebst in allergrößter Gefahr, wenn du mit dem Islam in den Tod gehst. Ich muss nur die nachschlagen, diese Verse kurz. Ich bin ja nicht, ich folge nicht blind. Außerdem, ich gehe jetzt gleich mit Gott. Ich glaube nicht, dass du blind bist. Ich glaube nur, dass dein Herz das nicht zulassen will, dass du erkennst, dass Jesus Christus weitaus mehr ist, als das, was der Islam über ihn behauptet. Und deswegen bin ich hier, um das Ganze klarzustellen. Aber konntest du noch mal deine Meinung zu Markus Kapitel 12 von 29? Habe ich ja gerade zu dir gesagt. Und dann habe ich dir, du musst die Bibel ja, oder beziehungsweise das Neue Testament im gesamten Kontext betrachten. Du kannst ja nicht nur eine Stelle rausnehmen und die ganzen anderen Stellen außer Acht lassen. Das ist ja Quatsch. Es kann ja nicht aber Widersprüchlichkeiten innerhalb der Bibel geben. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Der Herr Jesus Christus hat nur das wiedergegeben, was auch im Alten Testament vorzuweisen war, beziehungsweise auch was drinne steht. Das heißt aber nicht, dass er selber nicht beansprucht hat, Gott selber zu sein. Du siehst doch, dass der Jünger Thomas, kennst du ja die Begebenheit, als er vor ihm Anbeten niederwarf und ihn angebetet hat und der Herr Jesus Christus die Anbetung empfangen hat. Das ist also Blasphemie, sich vor einem Menschen niederzuknien und ihn anzubeten, wenn er nicht damit auch Gott meinen würde, oder? Du weißt doch, dass die Evangelien auf Griechisch aufzufinden sind. Da ist da ein Wort, Proskoneo. Das ist quasi, das hat zwei Bedeutungen. Einmal, dass man verehrt wird, quasi wie ein König, also das ist auch wirklich bekannt, so Proskoneo. Und einmal, dass man Gott anbetet. Hier ist es natürlich das Zweite hier. Aber das muss man natürlich richtig besprechen. Ja gut, du siehst da, welche Aktion er gemacht hat. Er hat ja nicht nur Jesus gesagt, oh, ich verehre dich gerade. Nein, er fiel zu Boden und sprach, mein Herr und mein Gott. Geh mal zu einem Juden und frag ihn, dürft ihr einfach, mein Herr und mein Gott, zu irgendeinem Menschen sagen und vor euch anbeten, vor jemanden niederwerfen und sagen, mein Herr und mein Gott? Also je nachdem. Also ich meine, Gott hat ja zwei Bedeutungen. Du möchtest das nicht zulassen. Du möchtest das nicht zulassen. Also das macht man allgemein nicht. Also zu einem Menschen zu gehen und zu sagen, So ist das also. Hat Thomas doch erkannt, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist von den Toten und bewiesen hat, dass der Gott der Allmächtige ist, der ins Fleisch gekommen ist. Und so heißt es ja auch in 1. Johannes 4, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Verstehst du? Ja, ich verstehe so. Je nachdem. Aber bei Markus Kapitel 12 wird doch, also die Juden glauben doch nur an den Vater, also die einzige Hypostase als Allmächtigen Gott. Wenn er das bestätigt, heißt das doch, Nein, es gibt auch, es gibt auch, nein, es gibt genügend Juden, die auch an den Sohn glauben. Das findest du auch in Sprüche 30. Kannst du uns das mal vorlesen? Oder bitte, ich schwöre bei Gott, ich habe 1% nur noch. Ja, okay, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Dankeschön für dein Gespräch. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu reden. Ja, dir auch in Gott. Danke, Barbara. Tschüss. Gottes Segen, ja. Ich wünsche mir, dass du weggehst vom Allas Schienbein. Ja, tschüss. Ja, es gibt also jüdische Rabbiner, die eindeutig zeigen, dass auch der Sohn Gottes oder beziehungsweise der Messias sich im Sohn dann verherrlicht wird. Verherrlichen wird. Das findest du in Sprüche 30. 1 bis 4. Ja, aber der Typ, der gerade hier drin war, dieser Senat, der ist ja ein richtiger Clown, ne? Als wir dem letzten Mal gezeigt haben, dass Mohammed angeordnet hat, die Frau von Senat auszuspannen, damit er sie in Ruhe dann Punkt punkten kann. Unfassbar, ne? So einem Menschen folgt der. Und so einem Menschen preist er der Senat. Deswegen wollte ich dieses Tashahud nicht aussprechen. Weil dort wird ja Mohammed als erstes gepriesen, so, ne? Verehrt. Und Mohammed so hoch gelobt. Niemals in meinem Leben werde ich das machen. Alles basiert immer nur, Mohammed hochzuheben. Die sagen so, die sprechen sogar in ihren Gebeten zu ihm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyuhannabiyyuh. Die sprechen direkt zu Mohammed, zu einem Toten, Leute. Den ganzen Tag begehen die Schirk ohne Ende, die Muslime, ohne es zu raffen. Das ist die größte Schirk-Religion, die es überhaupt gibt. Das ist gar kein Monotheismus. TikTok sportlich. Auf. Schirk. So sieht's aus. Mohammed ist der Gott der Muslime, ja. Hallo, Amir. Hallo, mein Lieber. Gott segne dich an deine Familie. Nein, Gott segne dich auch. Schauber. Ich hab mal eine Frage. Heute kommt noch die Nachricht über Israel, ja. Dieses Karmus. Ja, hab ich auch gesehen. Heftig, ne. Ja. Wenn du jetzt die Macht hättest, mit einer Schaltung, ja, mit so einem Knopf oder so, Frieden dort zu stiften, würdest du das machen? Sofort, ja. Aber Jesus sagt da, ich bin doch der Anstoß, Eckstein. Nein, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, meinst du? Ja, aber viele Endzeit-Christen freuen sich jetzt zur Zeit. Ich verfolge den jetzt überall. Ja, kein normaler Christ würde sich daran freuen, dass Menschen sterben. Das ist schon mal Punkt eins. Punkt zwei ist, dann sind das gar keine Christen, weil sie keine Liebe in sich tragen um die Menschen, die gerade am Sterben sind. Punkt drei ist es, dass jeder Christ sich von Herzen wünscht, dass jeder eine aufrichtige Entscheidung für Jesus Christus wünscht. Wenn diese drei Dinge nicht erfüllt sind, kann er also kein Christ sein. Weil ich habe öfters mal so Christen, die Missionieren gefragt, die haben gesagt, Frieden gibt es erst, wenn Jesus kommt. Also da hast du eine andere... Ja, du musst die Aussage auch im Kontext betrachten. Du weißt ja jetzt nicht, was der damit meint. Was hat der damit gemeint? Frieden gibt es nur, wenn Jesus Christus zurückkommt. Meinte das damit, dass die Menschen gegeneinander bösartig sind, aber der Jesus Christus uns die Möglichkeit gibt, miteinander wundervoll und in Liebe umzugehen. Man muss also alles... Du musst genau zuhören, was derjenige dann auch sagt oder was er damit meint. Ich habe ihr gefragt so, ich habe gesagt, Kriege, Hunger und so. Hättest du die Macht, Frieden und dass es keine Kriege gibt, würdest du das machen, diesen Knopf betätigen, haben die gesagt, Frieden gibt es erst, wenn Jesus kommt. Und in Amerika gibt es auch Sekten, die sagen, wer jetzt Frieden bringen könnte jetzt auf der Erde, das kann nur der Antichrist nur sein, sagen die. Weil, dass Jesus damit wiederkommt, muss es doch Kriege geben, Hunger und Pipapo. Das steht doch... Ja, der Herr Jesus Christus, der Herr Jesus Christus sagt ja, ich glaube, das ist in Matthäus 24 über die Endzeitrede, dass es zu Kriegen kommt, zu Kriegsgerüchten, dass ein Land gegenüber das andere Land aufsteht und sowas passiert. Aber das ist nicht das Ende. Dies alles muss geschehen. Verstehst du? Und das ist das, weil die Menschen sich für einen bösartigen Weg entschieden haben. Die Menschen können ja alle in Frieden miteinander umgehen, oder? Was meinst du, wenn wir alle nur die Worte des Herrn Jesus Christus praktizieren würden? Was meinst du, wir hätten das Paradies hier auf Erden, oder? Ja, und das darf es nach laut denen nicht geben. Das gibt es erst, wenn Jesus kommt. Gehören die also alle zu Jesus Christus, diese Leute? Wir könnten das ja alle praktizieren. Wir haben ja den freien Willen, oder? Jeder Politiker, jeder Mensch hier auf der Erde könnte ja die Worte des Herrn Jesus Christus in die Tat umsetzen, oder? Den freien Willen haben wir ja, oder? Ja, aber es gibt natürlich auch andere Religionen, ne? Man muss auch mit dem Ich meine rein hypothetisch gesehen. Stell dir mal vor, wir würden alle auf den Herrn Jesus Christus hören, der sagte, liebe deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen, und bitte für die, die dich beleidigen und verfolgen. Was meinst du, wie sieht die Welt dann aus? Amir, also ich, ja, das war natürlich, das war natürlich, ja, es wäre gut. Aha, siehst du? Viele Stellen, wo Jesus nur verflucht, das gibt es auch, das kennst du auch, oder? Mein Lieber, ich bitte dich, hör auf, über meinen Herrn Jesus Christus hier so abzulästern. Ich möchte nicht, dass du hier rausgehst, beruhig dich und hör auf, über den Herrn sowas zu behaupten. Wenn du willst, können wir dann irgendwann anders mal eine Sendung drüber machen. Also eine Frage zu der, ich habe heute ein Video gemacht, kannst du dir mal angucken, da habe ich fünf Koran Übersetzung von Deutschland, also da ist einer, Friedrich Eckert, Eckert heißt er glaube ich, der die erste Deutsch Übersetzung gemacht hat, vor ein paar hundert Jahren. Und diese Kalam, 42 mit der Schienbein, ja, keiner sagt dort, dass Gott sein Schienbein zeigt, keiner, auch die Türkei. Doch, der Mohammed sagt das, Mohammed erklärt das, den Sahir Al-Bukhari 7, 4, 3, 9. Hast du recht, da hast du recht. In dem Video habe ich auch gesagt, ich habe gesagt, es gibt natürlich einige Hadithe, die da irgendwie so neue Erklärungen da rein basteln wollen, aber diese Hadiths... Sahir Bufadit eine neue Erklärung oder das Authentischste, was die sunnitische Muslime haben? Ja, du sagst Sahir, Sahir, ich kann auch Sahir schreiben auf meinem Buch. Aber wenn du schon so rumgehst mit deinen eigenen Schriften, dann merkst du doch eigentlich, dass du überhaupt gar nicht selber dran glaubst. Du kannst es doch nicht akkriegen, akzeptieren, dass Mohammed wirklich gesagt hat, dass Allah in einer Form kommt, die die Muslime nicht kennen und dann wird er aber sein Schienbein präsentieren und dann, wenn die Muslime ihn anhand seines Schienbeins erkennen, das ist ja völliger Quatschhaufen, dann verändert sich ja Gott die ganze Zeit oder wie? Natürlich ist das Quatschhaufen, Amir. Und ich bin auch, du akzeptierst also trotzdem kein Sahir, wenn es auch korrekt ist, verstehst du? Sahir bedeutet ja nichts anderes als authentisch. Ja, Amir, ich versuche mal, an dich zu appellieren. Guck mal, ich lese jetzt den Koran zum Beispiel und da steht, dass das irgendwelche Leute sind, die entblößt werden. Bei arabischem Sprichwort heißt das nackte Tatsachen, ja. Und wenn ein Araber läuft oder ein Schotte hin und her läuft, dann sieht man auch sein Pöpöchen, ja. Ja gut, aber man fragt sich dann, der Vers heißt in Surat Al-Alam, in Surah 68, Vers 42, und sie werden aufgefordert, sich anbeten, niederzuwerfen. Dann frage ich mich allen Ernstes, vor wem werden denn die Muslime aufgefordert, sich anbeten, niederzuwerfen? Ja. Nachher heißt es auch... Ganz zu kurz antworten. Ganz zu kurz antworten. Ja, natürlich. Das ist eine Szene im Gericht, ja. Letzte, also Endzeit oder so, ne. Also vor wem werden sich die Muslime anbeten, niederwerfen? Ja, ich erkläre das, ja. Amir. Da werden die Leute entblößt werden. Ihre Schienbeine kommen zuvor und Gott sagt, werft euch nieder. Und nachher heißt es auch, ihre Schande wird ihre Entblößung bedecken. Wo steht sowas denn? Gleich nächste... Das ist doch deine eigene Interpretation gerade. Nein, nein, im Ayet steht das. Nächster Ayet heißt es... Das steht doch nicht so da, wie du es gerade... Du hast gerade deinen eigenen Koran verfälscht, Mann. Nein, ich habe heute ein Video gemacht, guck es dir an. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kenne den Vers auswendig. Ja, ich kann dir auch 50 türkische Korane zeigen. Da steht nirgendwo... Und wieder türkische Korane. Bring mal lieber... Mach doch mal eine Wort-für-Wort-Studie im Arabischen. Egal, welche Übersetzung du nimmst. Mach doch mal eine Wort-für-Wort-Studie im Arabischen. Das Arabisch, der Original-Koran ist ja auf Arabisch. Ja, die... Ich habe... Das habe ich. Also das habe ich. Und dann noch eine... Das Wort kommt auch in Kiyame vor, ne. Und da wird das genauso erwähnt. Also wenn die hin und her laufen, das wollen die sagen. Ja, aber meine Frage ist ja immer noch nicht beantwortet. In dem Vers von Al-Qalam, Sura 68, Vers 42, heißt es, dass sie am Tage der Auferstehung sich anbetend niederwerfen. Und vor wem werden sie sich denn anbeten, niederwerfen? Und die Muslime werden sich nicht... Ja, sie werden sich nicht niederwerfen können. Steht da auch. Okay. Ich meine, lies uns mal bitte den Vers vor. Da manch ein Schenkel entlöst wird und sie sich aufgefordert werden, sich anbeten, niederzuwerfen. Vor wem außer Gott werfen sich die Muslime nieder? Moment, ich hole den erste Übergabe, wenn du willst, vom Koran. Also Übersetzung auf Deutsch kann ich dir zeigen. Nehmen wir den hier. Das ist der erste, ich habe noch mehrere. Also ich habe auch einen Salafist, Nadem Ilyas. Der war Zentralrat, der hat auch eine Koranübersetzung. Ein Salafist. Bei dem auch ein... Ich habe auch einen Kefsir von Ibn Resul. Bei keinem ist so eine Andeutung. Wir können es zusammen lesen. Ja. Weil, also das würde auch mit dem ganzen Inhalt nicht passen. Weil im Koran heißt es, Gott ähnelt nicht. Ja, ich weiß. Das hat aber nichts damit zu tun, denn die Muslime, der Salafist und Wahhabist, sagen ja genau das gleiche. Die sagen, ja, wir glauben auch daran, dass Gott nicht zu niemandem ähnelt. Aber Gott sich so geoffenbart hat und wir philosophieren nicht rum. Und da haben die Salafist recht. Und die Wahhabist haben vollkommen recht, weil sie philosophieren nicht so rum wie ihr und die Maturidia und Sophisten und das hast du nicht gesehen. Wenn Allah sagt, er hat eine Hand, hat er eine Hand. Wie sie aussieht, wissen wir nicht. Das lassen wir einfach so. Wenn er sagt, er hat einen Fuß durch den Propheten, dann hat er einen Fuß und wir fragen nicht weiter danach. Siehst du, so sind sie. Sie hinterfragen nicht ihren Propheten und ihren Gott. Moment. Ja, hast du recht. So denken die. Aber ich habe auch hier von... Aber was sollen die denn anderes machen, deiner Meinung nach? Sie sehen also, dass sich das sowas in Sahih-Bukhari und Sahih-Muslim befindet. Sollen sie also Ungläubige werden und das leugnen oder sagen sie, ja gut, dann akzeptieren wir das. Wenn das Sahih ist, dann hat Allah nur mal einen Fuß. Wie er aussieht, wissen wir nicht. Und wir als Christen können so einen Blödsinn ja niemals akzeptieren. Wie? Allah setzt seinen Fuß über die Hölle. Was sagt denn bitte? Allah hat sein Schienbein... Ist es mit Schienbein rasiert oder ist das... Ami, bitte, das ist nicht die Hölle, das ist das Gericht. Nein, er sagt es selber. Und die Hölle wird sagen, genug, genug. 68. Surah war das, glaube ich. Ja, Surat Al-Qalam, Aya 42. Moment. Ich lese jetzt gleich. Ja, habe ich. Ist auch ein Salaf, ne? Nahe dem Ilyas. Lese mal zusammen. 42, ne? Ja. Oder haben sie Teilhaber, so sollen sie doch ihre Teilhaber herbringen, wenn sie wahrhaftig sind. Also wir sehen, dass die Menschen vor Gericht stehen und die Sünder sollen ihre Götzen als Zeugen bringen, aber sie können das nicht, weil die Götzen werden auch an dem Tag verurteilt. Woher liest du das denn jetzt gerade? Was interpretiert du da? Was habe ich jetzt gesagt? Aber du bist doch nicht der Prophet des Islams, dass du einfach den Koran interpretierst. Ja, am Tag, da die Schenkel entblößt werden und sie aufgrund aufgerufen werden, sich niederzuwerfen, aber da können sie es nicht können, während ihre Blicke demütig sich erniedrigen. So ist das. Und Erniedrigung wird sie bedecken. Und wenn wir die Notiz da lesen, da heißt es, Schande ist, wenn die Menschen schlimme Zeit haben. Also Entblößung heißt... Der Pferd ist doch schon längst zu Ende. Du liest einfach ein Vers weiter, der nichts mehr mit dem Pferd zu tun hat. Das war es, Punkt. Nee, nee. Am Tage, wo sie aufgefordert werden, sich anbeten, niederzuwerfen, werden sie es nicht schaffen vor diesem Schenkel. Nein. Die Schenkeln, die werden plural erwähnt überall. Und diese Schenkeln sind die Menschen... Stell dir mal einen Schotte vor. Okay, wer erklärt den Koran denn besser als der Prophet selber? Nein. Nein, alle Türen glauben das. Ich habe alle... Wer erklärt... Mein lieber... Janem, bitte. Belüge dich doch nicht selber. Ich belüge mich nicht selber. Wer interpretiert den Koran besser als Mohammed selber? Du sagst Sahih Buhari. Wann wurde Sahih Buhari geschrieben? Das ist mir doch egal, wann es geschrieben wurde. Du glaubst doch daran. Ich glaube doch nicht an so einen Blödsinn. Guck mal, Amir. Ich glaube daran, was dem Koran passt. Ganz einfach. Aha, also machst du Rosinenpickerei. Das, was dir gefällt, nimmst du an. Und das, was dir nicht gefällt, legst du ab. Das ist Kuffer, was du machst. Das ist Kuffer. Und du lehnst den Koran ab. Da bist du ein Kerl für den Wahnsinn, ne? Ja, für die. Aber hör mal zu. Letztens hast du auch eine Stelle gesagt, wo das alles Leben kommt vom Wasser, ne? Würdest du nicht einfach den Koran leugnen, Mann? Nein, das ist klar. Klipp und klar für uns. Jeden, der Buch lesen kann und diese A jetzt liest, da ist plural gemeint und diese Leute, und die Schande wird ihre Nacktheit bedecken, steht im nächsten Sura. Ja, aber wir wollen jetzt, wir wollen jetzt diesen Pers verstehen. So, was sagen denn die Mufasserien des Islams, so wie Al-Kurto, wie At-Tabari, Al-Jalalain und Ibn Kathir? Ibn Kathir sagt zum Beispiel, dass es damit Allahs Schienbein gemeint ist. Ist Ibn Kathir auch ein Lügner? Es gibt Geschichtsverfälschung, es gibt Bücherverfälschung, es gibt diese Sachen. Es gibt zum Beispiel konstantinische Schenkung. Tausend Jahre haben die Christen daran geglaubt, dass der Kaiser... Wir reden gerade über deine Schriften. Bitte weich doch jetzt nicht ab auf die Bibel, Mann. Das ist Fakt, dass Bücher verfälscht werden. Im Koran steht, das Volk der Bücher, also Juden und Christen, Bücher verfälschen. Okay, also ist dein Koran auch verfälschbar, wenn du sowas glaubst? Nein, Koran... Aber Koran ist kein Buch, aber das kann man auch nicht fälschen, ne? Nein, weil es die... Du hast doch gerade gesagt, Süchter kann man fälschen, also kann man dein Koran doch auch fälschen. Oder ist der Koran kein Buch? Beim Koran gibt es Hafiz, die Leute, die das auswendig können. Das kann doch nicht wahr sein. Die würden das... Gott selber bewahrt doch sein Wort. Was für Hafiz? Du siehst doch, dass der Mohammed selber Surin vergessen hat, Mann. Das sind alles deine Hadithe, Amir. Was du auch nicht rauspickst. Ja, ist so. Ist so. Und Koran steht zum Beispiel keine Verleihung. Wie kann ich mit dir auf dieser Grundlage denn reden? Du leugnest dir alles, was dir auf einmal unangenehm wird, wirst du dir geleugnet. Nein, nein, nein. Das können wir ja mit morgen so weitermachen. Das ist ja Quatsch. Du akzeptierst alles, was im Buch Adi und Muslim und so steht oder du sagst, nein, ich will mit dieser Religion nichts zu tun haben. Aber zu sagen, das gefällt mir und das gefällt mir nicht, das ist kein Islam. Wir können uns treffen bei der Vernunft. Zum Beispiel, da hast du letztes Mal eine Sura vorgebracht. Du redest von Vernunft, Allah gibt dir Frauen mit schwellenden, üppigen, du weißt schon was im Himmel. Ist das Vernunft? Ist das Verstand? Bruder, Achi, hör mal zu. Du hast doch vorhin gesagt, eine Sura, zum Beispiel, dass alles Leben kommt vom Wasser, diese Stelle im Koran. Und da hat einer Tepsir gemacht und der macht dann eine Erklärung, da kommt er irgendwie zu dem Punkt, ja, man darf mit seiner unehrlichen Tochter schlafen. Dann frage ich mich als normaler Mensch mit Vernunft, was hat diese Erklärung mit dieser Stelle zu tun? Verstehst du was? Ja, aber das sind die Mufastelin, die höchsten Gelehrten, deren Auslegung zurückzuführen ist so Mohammed. Das hat Mohammed so ausgelegt. Das können die, was weiß ich, für Abu Mabu interessiert mich nicht. Du bist genau wie mein Kumpel. Du bist genau wie mein Kumpel. Der ist auch Türke. Meint der, ich punkte, punkte, Sahi Bukhari. Ich habe auch einen türkischen Freund, der war eines, ich war mit dem in Dings, in Habs. Wir saßen beide zusammen. Er hat immer vor mir gebetet und ich habe dann auch immer meine Duas und sowas gemacht. Er hat immer neben mir gebetet und ich habe dann halt meine Sachen gemacht und habe auch immer Dua mit ihm gemacht. Und dann sind wir eines Tages, als wir rausgekommen, hat er den Glauben so aufgegeben. Dann habe ich dann eines Tages so Sachen gezeigt aus Bukhari und so mit der, ich punkte, Sahi Bukhari und so. Er hat richtige Abneigung. Guck mal, ich habe nichts dagegen, wenn du über solche Sachen lachst. Es gibt noch viele andere Stellen, aber ich sage, dass das Sahi Bukhari wahrscheinlich nicht geschrieben hat. Das wurde im Nachhinein geändert oder keine Ahnung. Verstehst du? Ich glaube nicht jedes Hadith da, das muss, guck mal, die gucken nach Isnad, ja der, der hat das zu dem gesagt, ja da muss es stimmen. Zum Beispiel, ich gehöre der Ejl-Rei Gruppe an, die ist älter als die zu lieben. Ejl-Rei, also dass wir unser Verstand auch mit involvieren in die Sache, wenn wir lesen oder so heißt das, Ejl-Rei. Und wir sagen, nicht nur Isnad, auch die Mana, auch das Bedeutung muss zum Koran passen. Ist doch ganz einfach. Nach unserem Glauben ist der Koran das Grundgesetz, sagen wir mal. Wer legt denn für euch, wer legt denn für euch den Koran aus? Er ist Mutazila, Amir. Mutazila. Bist du Mutazila? Ja, ja, Mutazila. Ejl-Rei gehört auch zu Mutazila. Ah, okay. Also ihr seid diejenigen, die zum Beispiel diese Leute so umgelegt haben, zu der damaligen Zeit, als ihr die Macht hattet. Ach so, wie eine andere Akide. Also ja gut, ihr werdet euch gegenseitig abschlachten. Das ist so krass. TikTok-Sport nicht. TikTok-Sport nicht. Hör mal zu. Ich finde das gut, dass du darüber Ahnung hast. Das war diese Michnet-Zeit, heißt das. Ja, da haben wir die ein bisschen unter Druck gesetzt, weil die haben gesagt, Gott ist Kelam, also Jesus, Moses und Koran werden die als Kelam Gottes bezeichnet. Nein, der Einzige wird nur Jesus als Kelam Gottes bezeichnet. Das wird in Sura An-Nisa, Ayah 171 genannt. Ja, aber im Koran wird auch Moses woanders als Kelam Allah gesagt. Nein, niemand ist das Wort von Allah, außer Jesus Christus selber. Mensch, Amir. Ich habe den Koran durchgelesen und ich kann dir das eindeutig bestätigen, weil der Allah sagt in Sura 4, 171, dass er Kelamatu Allah ist und sein Ruh. Okay, aber der gleiche Allah sagt auch beim Mai des Zulestes 17, dass er, wenn er will, Jesus, Mutter Maria, die Menschheit, alles auslöschen kann. Also kann das... Ja, aber darüber sprechen wir doch gar nicht. Du musst dir mal vorstellen, dass der Gott des Islams in die Vulva von Maria einhaucht, in Sura 21, Vers 91 bis 92. Das Wort, was dort verzeichnet ist, Farjah. Und du weißt, was Farjah bedeutet, ne? Das gleiche Wort benutzt er auch bei Adam, Erschaffung. Das gleiche Wort benutzt er überhaupt nicht bei Adam. Doch. Der hat in Marias Vulva eingehaucht, sagt er. Da steht nirgends wo Vulva, glaube ich. Amir, jetzt übertreib mal nicht, Kollege. Nein, wirklich. Du kannst eine Wortstudie unternehmen. Ich lüge dich nicht an. Ich habe hier Mariam letztens drin gehabt und die hat uns das eindeutig übersetzt. Die meinte, guck mal, die Muslime übersetzen das noch nicht mal richtig, weil die sich schämen. Okay, aber das Thema ist, dass Mutter... Er wird ja sowieso Türke. Die Araber können ja mit dir spielen. Du weißt das ja. Keiner spielt mit mir, Inshallah. Aber hör mal zu. Der Kelamullah wurde erschaffen, sagen wir. Nur, dass Gott, also in Person oder keine Ahnung, wir können uns das nicht vorstellen, er hat kein Anfang und kein Ende. Und alles andere hat ein Ende. Und dazu gehört auch Kelam. Und das war das Thema damals, wo wir, wo die Mutter Sila drei Generationen lang Druck ausgeübt hat an die Eyle Hadith. Das war 900 oder 890 und so. Also viel später ist das passiert. Was ich sagen will ist, du hast Ahnung, gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel solche Sachen sagst aus dem Koran und dann irgendwelche, irgendwelche Leute findest da, die für mich Fritz Peter sind, die, keine Ahnung, und du sagst, das will er damit sagen, dann ohne Scheiß da komme ich manchmal ins Kochen. Ohne Scheiß jetzt. Ja gut, aber du kannst ja als sunnitischer Muslim jetzt nicht die Buchradier und Muslim aus der Acht lassen. Das geht ja nicht. Du musst sie also doch akzeptieren und Sahih bedeutet das immer noch korrekt. Du hast also ein Problem und einen Krieg mit deiner eigenen Religion. Das ist das, was du hast. Mehr ist das gar nicht. Ja, okay. So kann man das auch sehen, Amir. Aber zum Beispiel in der Türkei haben wir jetzt der Dianet, also ist vom Staat gegründeter Islam-Institut. Die machen jetzt schon seit Jahren, sind sie da ran und machen jetzt Hadithe. Gucken sie nach und wollen alle richtigen Hadithe. Also die filtern nochmal alles aus, was denen nicht passt. Also so Schirk, was sie machen. Bidda und Schirk. Ja, alles klar. Die Religion zu erneuern. Ja, das ist also Bidda und Schirk. Kuppr. Das, was diese Leute da machen, ist einfach nur das Allerschlimmste im Islam. Einfach die Religion zu erneuern. Das, was mir nicht passt, das werde ich einfach erneuern und dann werden wir eine andere Religion daraus machen. Das ist ja Quatsch. Entweder du akzeptierst das, was die Leute für authentisch befunden haben oder du gehst raus aus dieser Religion. Und ich für meinen Teil habe entschieden, ich kann niemals an diese Religion glauben, wo dieser Glaubensführer die Tochter, die Frau von seinem Adoptivsohn ausspannt in Sura 33, Vers 37, in Sura 33, Vers 50 meine Frau auch noch ausspannen möchte, damit er sie in Ruhe Punkt punkten darf. Was ist das für ein Vorbild, Mann? Amir, wir sind gerade dabei und es gibt auch eine Universität in Ankara, der Khan ist jetzt 80 Jahre alt und der gehört auch zum Mutasila. In der Türkei wird das alles, diese ganzen, weil es gibt Geschichtserfälschungen. Amir, das ist Fakt. Also man muss die Muslime werden euch niemals dulden, die werden, die stempeln euch als Kofar ab und dann gibt es dann Krieg zwischen euch. Es gibt, Gott wird zwischen uns, ich schaue Allah, seinen Segen geben und wir werden uns vertragen, das ist kein Problem. Du kriegst nur Segen allein in Jesus Christus, weil er ist der Retter und fähig, deine Sünden zu tragen und nicht ein Schienbein. Das muss ihr immer bewusst sein. Das ist kein Schienbein erstens und zweitens, wir Mutasila glauben auch, dass Jesus nicht lebt, dass er gestorben ist und dass er nicht wiederkommt. Aber Allah sagt in Surah 3, Vers 55, dass er bei Allah ist. Das sagt er auch zu Idris, den Propheten, das sagt er auch zu jedem Moslem. Nein, das sagt er nicht, ich beweis mir das. Ich habe ein Video darüber, kannst du angucken. Ich kann dir das jetzt nicht sehen. Du musst doch wenigstens irgendwas kennen aus dem Koran, Mann. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mehr Surah zitieren kann, mehr Verse kenne als du als Muslim selber, Mann. Du musst die ganzen Surah mit der Kreuzerung von Jesus zusammenlesen, Amir. Und dann siehst du, wo befindet sich denn die Kreuzung im Koran? Wo geht Allah darauf ein? Das musst du ja wohl wissen als Muslim, oder? Hör auf zu googeln. Ich weiß jetzt nicht die ganze Sache. Hör auf, wo bin ich zu googeln? Hör mal zu Guma. Guma, du hast jetzt die ganze Zeit gefragt, jetzt frage ich dir mal ein paar Fragen. Zum Beispiel, ich glaube, ja, aber erst mal noch das Letzte. Erst mal noch das Letzte. Wo befindet sich das, dass Allah gesagt, sie haben ihn weder gekreuzigt noch getötet. Das erschien die nur vielmehr so. Ich glaube, das war irgendwas mit 5,50. Ich glaube, vierte Suche. Nein. Ja, sag, komm. Suche 4,157. Ach, genau. Okay. Ach, genau. Ich kenne die Stelle, Mensch. Ich kenne die Stelle, aber es gibt auch viele andere Stellen. Du bist doch Hammer, ey. Du bist doch Hammer, ey. Hör mal zu. Hör mal zu. Guck mal, es gibt auch viele andere Stellen. Da heißt es zum Beispiel, Gott hat keinen Unsterblichkeit gegeben. Und es gibt auch eine Stelle, wo Jesus sagt, Gott hat mir befohlen, solange ich lebe, zu beten und Säcker zu geben. und dann, wenn er irgendwie auf dem Punkt ist, wie wir Säcker zu geben. Mein lieber, Janam, Janam in Surah Al-Imran, das ist die dritte Surah, Surah Al-Imran, Arja 55 sagt, Allah, ich werde dich, Isa, zu mir emporheben. Wo ist Allah? Ein Allah. Das sagt er auch zu Idris. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Ich kann dir das jetzt nicht alles aufzeigen, aber ich habe extra darüber ein Video gemacht, wo ich jedes Punkt zeige. Okay, kein Problem. Wo ist Allah? Du bist echt ein Hardcore-Wahhabid manchmal, glaube ich. Ich bin ein Wahhabid? Ja, weil letztens hat mich auch so ein Wahhabid, so die ganze Zeit. Ja, Allah, Allah. Ja, natürlich, weil die sich ein Ding festmachen wollen. Wenn du sagst, dass Idris und die Propheten bei Allah sind, ja, wo ist denn Allah? Ali Mekan steht da. Antworte mir auf meine Frage, Janam. Janam? Wer ist Janam? Du bist jetzt Janam. Janam, antworte mir auf meine Frage, Kardisch. Ja, was? Wo ist Allah? Wo ist Allah? Ach, Scheiße. Jetzt fängst du noch damit an. Das habe ich letztes Mal mit so einem Wahhabid noch diskutiert. Kollege, ich gehöre zu Mutasila. Okay, und wenn da... Ja, okay. Du hast doch gerade gesagt, dass die Propheten bei Allah sind. Wo ist Allah? Ja, wir können das nicht wissen. Ich glaube auch nicht daran, dass... ob es ein Ort ist, so wie wir uns das vorstellen, glaube ich nicht. Das ist was anderes. Anderes demnächst. Wo sind die denn jetzt? Du hast gerade gesagt, wir sind bei Allah. Also muss Allah einen Ort haben oder schwören die einfach irgendwo rum. Ja, wo gehst du denn hin, wenn du stirbst? Ich gehe zu meinem Herrn im Himmel. Ja, das wird gemeint. Irgendwo im Himmel, was wir nicht begreifen können. Aber die Muster sind ja glauben doch nicht an sowas. Allah existiert ohne Ort, Zeit und alles Mögliche. Er hat keinen Ort, kein dies, kein das. Es ist also blasfemisch zu behaupten, dass Jesus von Allah empor gehoben wurde und mit ihm zusammen im Himmel ist. Ist ja Quatsch. Sowas glaubt ihr nicht, aber das befindet sich im Koran. Allah sagt zu Jesus, ich werde dich emporheben und zu mir holen. Also dieser Jesus aus dem Koran lebt bis jetzt 2000 Jahre bei Allah. Über dem Thron. Allah-Arsch. Der ist ja über seinem Thron, der Allah. Genau. Der ist also noch weiter anders, was wir uns nicht vorstellen können. Du kannst dir das nicht vorstellen. Okay, als Christ, ihr wollt ihr alles wissen. Wir können nicht alles wissen. Das wissen wir. Das ist Geib. Armin, das ist irgendwie Geib. Es gibt Sachen im Koran, da auch Muttersil oder Echle Reh sagen, Mensch, das ist Geib, wir glauben dran, Punkt aus. Ja, aber du hast dich gerade selber ausgenockt, man, als du gesagt hast, ja, auch die anderen Propheten sind bei Allah. Dann frage ich dich ja, wo ist denn dann Allah? Dann sagst du, ja, ich weiß nicht, irgendwo da oben. Also hat er doch oben einen Ort. Ja, aber ich muss das doch nicht wissen, damit ich glauben muss. Ja, aber du verstehst, dass diese sogenannten Wahhabiten, das sind ja keine Wahhabiten, das sind original sunnitische Muslime, die den Salaf, den ersten drei Generationen folgen. Ihr habt ihnen den Namen Wahhabiten und Salafisten genannt, weil ihr sie ausgrenzen wollt, weil das nämlich wahrhaftige Muslime sind, die treu Allah und seinem Gesandten folgen und nicht wie ihr rumphilosophieren. So ist das. Ihr seid Philosophen des Islams. Das sind Leute, die Muhammad und Allah lieben und das so stehen lassen, wie es ist. Sie philosophieren nicht rum und sagen, ja, wenn Allah das so gesagt hat, akzeptieren wir das, ohne zu fragen. Okay. Versteht du? Wie willst du das dann zusammenbringen, wenn Allah zu Jesus Kelamullah sagt und nächste Passuchen später sagt er, wenn ich will, kann ich alles auslöschen, auch Jesus sagt. Das sind erstmal andere Widersprüche, aber du siehst, dass Allah im Koran sich selbst mit Körperteilen zeigt und er hat wahrhaftig Körperteile. Wie sie aussehen, wissen sie nicht, aber er hat Körperteile, wirkliche Körperteile und somit ist er an einen Ort gebunden, weil er Allah Materie hat. Weil du weißt, ein Körper ist eine Materie, also muss er an irgendwo was gebunden sein. Wenn er also ein Schienbein hat, muss dieses Schienbein an so einem Oberschenkel sein. Das Oberschenkel muss er einen Rumpf haben oder ist das einfach nur ein Schienbein? Ist Allah in seinem Schienbein oder außerhalb seines Schienbeins? All diese Fragen müssen ja gestellt werden. Und dann kommt natürlich... Mit der Schienbeinsache ist für mich kein Debatte wert. Also das ist für mich... Ja, natürlich, du akzeptierst das nicht, aber der Mohammed selber, dein eigenes Vorbild, erklärt das in Saibuchadi 7, 4, 3, 9. Da wird der Allah am jüngsten Tag seinen Schienbein entblößen und die Muslime werden sich anbeten vor dem Schienbein niederwerfen. Und das ist gemeint mit Sura 68, Vers 42. Das war's. Nein. Ich hab dir das vorhin vorgelesen. Ich hab fünf Bücher vorhin, ein Video gemacht. Ja, aber wer gibt mir... Mein Lieber, wer interpretiert den Koran besser? Du und deine ganzen Leute oder Mohammed, der uns den Koran erklärt? Erstmal sage ich immer noch, dass Sahih Buhar, der 300 Jahre später gekommen ist, nicht genau... Aber deine ganze Religion fußt doch darauf. 300 Jahre später gekommen ist. Wie betest du? Wie wechst du dich? Wie folgst du Mohammed? Alles in Sahih Buhar und Sahih Muslim zu finden. Warum machst du das, Kardisch? Warum verletzt du nicht diese Religion? Herr, hör mal... Wir sind nichts für dich, Mann. Willst du das echt wissen, warum? Zum Beispiel bei Bakara 30, Koran gibt einen Sinn. Wieso? Weißt du, wieso? Bei Bakara 30 heißt es, Gott wollte einen Halifen erschaffen. Kennst du die Stelle? Und die Engel haben gesagt, willst du einen Blutvergießer und Chaosstifter erschaffen? Wir huldigen dich doch. Wir preisen deinen Namen. Okay? Und da gibt Koran für mich einen Lebenssinn. Also gegen Blutvergießen, gegen Chaosstiften. Ja, aber Allah ist nicht gegen Chaosstiften und Blutvergießen. Ja. TikTok-Sport. Nein, TikTok-Sport nicht. Sehe ich das ganz anders. Danke, Ziggy. Sehe ich das ganz anders. Islam ist das... Ja, aber Allah sagt doch selber, zieht aus, leicht und schwer und kämpft mit eurem Gut und mit eurem Blut, wenn ihr wahrhaftig seid. Surah 9, Vers 41. Ah, Amir, da geht es echt um einen Vertragsbruch mit den... Ja, wer hat denn den Vertrag gebrochen? Laut Imam al-Tabari, al-Wahidi und die ganzen Ausleger des Islams. Wer hat den Vertrag gebrochen zwischen den Götzendienern und Mohammed? Sei ehrlich. Der Prophet will ja Hatsch machen, ne, mit seinen Freunden. Mein Lieber, wer hat den Vertrag zwischen den Götzendienern und Mohammed gebrochen? Ehrlich jetzt. Das will ich doch jetzt sagen. Und da, und die haben das nicht zugelassen. Die haben nicht zugelassen und das war der Vertragsbruch. Weil im Vertrag stand, dass die Muslime, die Sahabe von Medina einmal im Jahr Hatsch machen dürfen. Und die haben das nicht erlaubt. Und gleichzeitig haben sie immer noch muslimische Gegenstände, ihre Häuser beschlagnahmt, pipapo, hin und her. Und das war ein Kriegs... Das war dann die Kriegserklärung. Und das war also die Kriegserklärung, ne? Von wo hast du diesen Unsinn her? Das habe ich von Sir. Und woher haben die das? Das habe ich aus dem Koran. Das stimmt nicht. Der Imam Ibn Kathir erklärt das ganz anders. Er sagt, Mohammed hat den Vertrag zwischen den Götzendienern gebrochen, weil Allah es so wollte und er genügend Männer hatte, um sein Islam jetzt mit Gewalt durchzusetzen. Wem soll ich eher glauben? Ein Ibn Kathir, der mehr Ahnung hat vom Islam als alle zusammen oder wir, der im 21. Jahrhundert lebt? Hast du das Film gesehen von Mohammed, dem Film? Da wird doch auch... Also diese Sugar-Coated-Version, meinst du? Wo der Mohammed so als der wunderbarste Mensch dargestellt wird? Das nichts mit Mohammed zu tun hat? Das ist deine Einsicht. Aber dieses hier... Ich habe das Ganze gelesen und habe gemerkt, oh mein Gott, dieser Film lügt ja permanent gegenüber dem Leben von Mohammed. Wenn du Ibn Kathir als Basis, als Quelle nimmst, dann hast du natürlich ein Problem wahrscheinlich. Du musst auch andere lesen. Wieso? Er ist einer der höchsten Mufasserien aus dem sunnitischen Islam. Also seine Tafsire sind maßgebend für einen sunnitischen Muslim. Aber wenn dir zum Beispiel Ibn Kathir nicht gefällt, dann können wir Ibn Jaril At-Tabari nehmen. Ist doch kein Problem. Er ist der Meister, der Meister der Mufasserien. Seine Tafsire sind noch heftiger als alle anderen, weil er noch früher gelebt hat. Der hat im 8. bis 9. Jahrhundert gelebt, der At-Tabari. Hast du den Tafsire von Samachshedi gelesen? Samachshadi. Samachshadi heißt der. Ja, ich bin kein Araber. Ja, ist ja kein Problem. Aber du weißt, dass das alles später hinzugekommene Tafsire sind. Wir müssen also zurückgehen zu den Leuten, die wirklich Ahnung haben und uns den wahren Kern dieses Verses erklären. Und das aufgrund der Sahaba, die Autoritäten im Islam darstellen. Aber Samachshedi ist einer der ersten Tafsire-Schreiber. Der gehört dazu. Der gehört dazu. Einer der ersten. Ja gut, wenn ich eben Kassir Al-Kurtubi At-Tabari Al-Jalalai zitiere, dann bin ich schon auf der sicheren Seite, wenn ich mit einem Sunniten rede. Ja, dann bist du ein Hardcore-Wahhabid. Gut, dass du Christ geworden bist. Ich bin Salakrist. Salakrist, glaube ich, ja. Ich bekündige den Salakrismus. Lass mich mal auch eine Frage stellen. Das ist richtig, ne, Leute. Ich nehme die Rolle eines Muslims an und verteidige die sogenannten Wahhabiten und Salafis hier vor einem Mutazila, ne? Amir, guck mal. Zum Beispiel, das Problem bei, zum Beispiel, da in der Zeit von Jesus, ja, dass alle Bauern und Fischer plötzlich schreiben könnten. Wie, wie erklärst du dir das? Alle haben ja ein Evangelium geschrieben. Eben, zum Beispiel, wo die Gründung von Türkei bei Atatürk, vor Atatürk gab es nur 5% Leute, die schreiben und lesen konnten. Okay? Und jetzt gehen wir 2000 früher und plötzlich können alle Fischer und so schreiben und Evangelium schreiben oder andere, sogar Maria Magdalena hat ein Apokryph geschrieben, pipapo. Wie erklärst du dir das, dass alle plötzlich schreiben und lesen konnten? Ja, wie erklärst du es, dass plötzlich alle lesen und schreiben konnten? Natürlich gab es doch Menschen, die zu der damaligen Zeit schreiben konnten und schriftkundig waren und alles. Hallo? Wir sind doch nicht wie Mohammed, der nicht schreiben und lesen konnte. Also ein Analphabet. Aber genau, was hat das denn jetzt mit Atatürk zu tun, Mann? Guck mal, damit will ich sagen, dass früher die Menschen nicht lesen und schreiben konnten. Kein Fischer konnte... Die konnten doch lesen. Außer dein Profil konnten alle lesen und schreiben. Nein, das stimmt. Und der Schreiber des Korans war der Ibn Abisar, der Mohammed eine Falle gestellt hat. Was heißt eine Falle? Er hat einfach etwas aufgesagt, was nicht göttlich war, was seine Worte waren und Mohammed hat gesagt, ja, genau, das schreib auf in den Koran. Hat er gesagt, aber das sind doch meine Worte. Dann sagt er, ich habe diese Worte genauso bekommen wie du. Dann sagt er, aber wenn du ein Prophet bist, dann kann ich auch ein Prophet sein. Das sind doch meine Worte und die sind im Koran gelandet. Surah, warte, sage ich dir sofort, Surah 24, Vers 12 bis 13 und 14. Soll ich mal auch machen? Ja, kannst du machen. Und den Tafsil findest du in Surah 9, Vers, äh, Surah 6, Vers 93 von Al-Wahidi, As-Bab-e-Nusul. Surah 24, sagst du. Genau. Da wird beschrieben, dass der Allah der beste Schöpfer ist von allen. Und das ist nicht Allahs Worte, sondern von Ibn Abisar, die ihn das Koran geschafft haben. Der wurde nachher auch weggeschickt vom Propheten. Ja, der wurde ungläubig, weil der Mohammed als falschen Propheten ertappt hat. Der hat gesagt, Mohammed ist gar kein Prophet. Das sind meine Worte, die ich ihm gesagt habe. Und er hat einfach gedacht, dass das von Gott die Worte sind. Wenn er also ein Prophet bin, dann bin ich das auch. Hat er die Leute so erzählt, der Koraych. Ja, das ist wahrscheinlich wieder von Taberi, aber ich kenne das so, dass er, wo der Prophet die Offenbarung hatte, andere Wörter reingeschrieben hat. Und da wurde der verbannt. Er wurde dann... Er hat nicht andere Wörter reingeschrieben, sondern er hat diese Dinge ausgesprochen und Mohammed gesagt, ja genau, schreib das auf. So ist es, wie ich das bekommen habe. Und dann hat er Ibn Abisar gesagt, ja, aber das sind doch meine Worte, Mohammed. Das ist nicht von Gott. Da hat er gesagt, aber so habe ich das auch empfangen. Ja, wenn du ein Prophet bist, dann bin ich auch ein Prophet. Heftig, ne? Und diese Worte von Ibn Abisar haben es ins Koran geschafft. Somit hat Ibn Abisar Allah vernichtet mit der Challenge, wenn ihr wahrhaftig seid, so bringt eine Suche wie diese. Kommst du aus Urmia? Aus Iran, Urmia? Nein, ich komme nicht aus Urmia. Weil ich habe ein Buch zum Beispiel von David Benjamin, da zeigt er, liste es da auf, die ganzen Prophezeiungen im Alten Testament, dass sie zu Propheten eins zu eins passen, aber nicht zu Jesus zum Beispiel. Der Herr Jesus Christus, du hast recht, der Herr Mohammed kommt in der Bibel vor, und zwar in Matthäus 7, als der Herr Jesus Christus uns warnt vor den falschen Propheten, der in Schafskleidern zu uns kommt, aber in, wenn dich ein reißender Wolf ist. Da stimme ich dir mit ein, dass Mohammed da vorkommt. Ja, bei Jeschea, 14, 12 ist das, glaube ich, da wird berichtet, ein fallender Stern, der Morgenstern. Ja, der sich Gott, also Gott will sich ja gleich machen, also der Satan will sich Gott gleich machen, heißt es ja da. Ja, das findest du in Jesaja 14, 12. Ich werde mich dem Höchsten gleich machen. Zum Beispiel, ich habe jüdische Freunde, die sagen, Ja, dann bist du ein Kerl. Nein, ist ja egal, die gleichen sagen, Ja, ist ja egal, Allah sagt, mein Gott sagt zwar, dass ich nicht mit Ungläubigen befreundet sein darf, aber ist ja egal, ist ja kein Problem. Okay. Okay. Darauf antworte ich nachher. Er sagt zum Beispiel, wie kann ich jetzt, wenn der Gott, also Gott Israels mich warnt vor einem Menschen oder vor Satan, der sich Gott gleichstellen will, wie kann ich dann an Jesus glauben, der das gleiche, das gleiche Satz sagt, ich und Gott sind gleich. Wie kann ich dann, er sagt, das ist unmöglich, sagt er. Ja, aber du siehst ja, dass der Kranke geheilt hat, Blinde wiedersehend gemacht hat, Lahme gehend gemacht hat, anhand der Wunder konnten die Leute ja eigentlich erkennen, dass er der Messias ist. Ja, wenn er das nicht getan hätte, die Leute haben ja auch Mohammed gesagt, Mohammed verbring mal ein Wunder, denn Mohammed hat gesagt, durch Allah, er ist nur ein deutlicher Warner, der keine Wunder vollbringt. Jeder Prophet kam mit ein Wunder, der Mose hat das Meer geteilt, Jesus hat Blinde geheilt und Mohammed hat Kamelurin empfohlen. Du bist echt ein richtiger Wahhabib, wenn du diese Hadith völlig glaubst. Das schwöre dir. Das kannst du keinem erzählen, das ist so heftig. Also wir glauben daran nicht an diesen Hadith. Aber was war die Vorrede? Schon wieder schämst du dich also, siehst du, du schämst dich für den Hadith. Guck mal, im Koran steht, alles Saubere gehört euch, bei Maide, wo die Essensvorgaben gegeben werden. Und die alle, wo mit Schein... Wo befindet sich der Hadith? Wo befindet sich der Hadith? Und der ist Sahih. Was meinst du? Was ich sage ist, bei Maide... Mal gucken, warte mal, mal gucken, ob meine Geschwister das wissen. Wo befindet sich der Hadith, wo Mohammed gesagt hat, dass Kamelurin zu empfehlen ist? Wegen dem unerträglichen Klima. Mal gucken, wie ihr das drauf habt. Ich hab's im Kopf. Ohne zu googeln, ohne Profit-Google zu fragen. Schnell. Amir, ähm... Warte ganz kurz, warte ganz kurz. Einen Moment. Ich will nur ganz kurz lesen. Weiß das einer von euch? Ja, Sahih Al-Bukhari, 86, 86, schon mal gut. Aber da ist nur ein kleiner Teil. Das befindet sich in Sunan Abu Dawood. Hadith 2024 ist es. Und da hab ich das ja für euch gepostet. Dieser Gesichtsausdruck von den Muslimen. Im Koran steht's bei Maide, wo die, kein Fleisch, kein Schweinefleisch, kein Kadaver. Ja, in Sura 5, Vers 3 steht das. Genau. Und diese Sura, wo es um Essen geht, fängt immer so an. Hey, fängt immer so an. Alles sauber. Ich könnte dir auch sagen, in Sura 5, Vers 170, du würdest auch sagen, ja genau. Ich weiß, dass das bei Maide ist, irgendwo. Ist egal. Guck mal, ich muss nicht alle... Das kann doch nicht wahr sein. Das ist heftig. Du bist der Muslim und ich kenne mich besser aus in deinem Koran als du als Muslim selbst. Hör mal zu, das geht... Ist das wichtig? 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 Ja, der Mohammed ist ja, er ist ja mal so fehlerfrei und sein Kot und Urin, TikTok-Sportlich, ist ja von allen Gerüchen und allen Bakterien und sowas gereinigt, weil er ja so wie ein Lichtwesen ist, der Mohammed. Und du siehst ja, dass die Sklavin von einer seiner Frauen seine Schale, wo er drinnen reingepinkelt hat, getrunken hat und Mohammed nicht gesagt hat, ey, bist du wahnsinnig, was trinkst du, meine Pippi? Er hat gesagt, oh, sie hat sich aber vor dem Höllenfeuer bewahrt mit einer ganz großen Wand. Guck mal, du findest immer solche Sachen. Guck mal, ich könnte auch viele Sachen... Ich finde solche Sachen, das steht bei dir in den authentischen Quellen, Mann. Ja, wenn man sucht, findet man alles. Wenn ich so, ich könnte mich auf Talmud berufen, würde sagen, Jesus, sein Vater ist ein römischer Soldat. Ich könnte Celsius, den jüdischen Gelehrten... Ja, ich würde verstehen, wenn du aus der Bibel mir etwas zeigst, dann würde ich sagen, okay, das befindet sich in der Bibel. Was mache ich? Also, ich zeige dir, dass es sich in deinen authentischen Schriften befindet. Ich komme ja nicht mit irgendwie RTL2 oder irgendeinem Blödsinn daher. Nein, ich komme mit deinen Schriften. Aber authentische Sachen, was du sagst, das ist... Was ich sage, oder was authentisch befunden wurde. Mach mich doch nicht bekloppt, Mann. Ja, wer hat das authentisch befunden? Deine Schiuch, deine Gelehrten, Mann. Ja, die Bücher können verändert werden. Ja, okay, dann kann der Koran ja auch verändert werden, wenn du so mit dieser Logik kommst. Ja, dann die Bibel auch. Wir glauben ja nicht. Wir glauben ja, dass Gott sein Wort bewahrt. Wir sind ja nicht wie du und deine Muslime da, die sagen, Gott ist ein Hampelmann, der nicht in der Lage ist, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Alles klar, hör mal zu. Guck mal, wusste, dass die Ostkirche erst im 18. Jahrhundert die... Was hat das mit dem Thema hier zu tun? Die Ostkirche im 18. Jahrhundert gegründet? Genau. Wie ist überhaupt Türkei, wie ist überhaupt Türkei ein rein christliches Land islamisch geworden, Mann? Erzähl uns lieber davon. Wie ist Deutschland rein christlich geworden? Gab es hier vor den Christentum andere? Ja. Ihr stellt eine, anstatt zu antworten, stellt eine Gegenfrage. Antwortet doch erst mal und dann können wir weitermachen. Ja, ich antworte drauf. Wie ist denn Türkei, ein rein christliches Land, wie ist das islamisch geworden? Dann gehen wir alle nach Afrika zurück. Alle nach Afrika, wo die Menschheit herstammt, gehen wir alle zurück. Die Amerikaner verlassen, die Christen verlassen Amerika. Das kann doch nicht so wahr sein. Kennst du die Sachsenkriege? Die Deutschen haben bis zum letzten Blutkrieg... Ich kenne nur Sachsen, Paule. Ja, Sachsen, Paule. Ja, das ist kein Argument. Das ist kein Argument. Ich kenne nur Sachsen, Paule. Der Heiko, den kenne ich. Ja, gut. Besser. Von dem lernst du wahrscheinlich. Das ist kein Argument. Das kannst du nicht... Das ist ein sehr gutes Argument. Der Sachsen, Paule, ist ein sehr gutes Argument. Das ist dein Lehrer wahrscheinlich. Danke, gut. Hör auf damit. Du musst es behaupten. Guck mal, Amir. Weißt du, was ich meine? Deine Frage. Welches Vorbild ist denn schöner? Jesus oder Mohammed? Mohammed natürlich. Mohammed natürlich. Also Mohammed macht die ganze Zeit diese schlimmsten Dinge aller Zeiten. Und du sagst mir, dass es der bessere Mensch wäre als Jesus? Also es gibt zwei Jesus für uns. Einmal das Jesus von euch und einmal den Isa vom Koran. So wie du... Der Isa aus dem Koran hat ja noch nicht mal solche Sachen gemacht, wie der Mohammed. Also ist der Isa aus dem Koran besser als Mohammed? Guck mal, wie du... Du hast ja vorhin gelacht, ne? Es gibt eine Stelle im Koran, da lachen die Muschrikun. Wenn Mohammed jedes Mal über Maria und über Jesus macht, dann lachen die Muschrikun, die lachen über... Die lachen und sagen, ist ihr Gott besser oder unser Gott? Nein. Sie lachen im Koran. Sie lachen im Koran über Mohammed, weil sie ihn als Besessenen abstempeln und sagen, das, was du uns da erzählst, sind Fabel von irgendwelchen Geschichten. Sie haben ihn ertappt als falschen Propheten mit seinen komischsten Sachen, die er da berichtet hat im Koran. Da kommt der Mohammed in Suche 54, Vers 1 und behauptet, dass er die Mond gespalten hat, obwohl das ein Gedicht ist von Imlul Reis. Der hat einfach ein Gedicht von einem Araber genommen und das in seinen Koran reingepackt. Ja, aber zu Jesus... Guck mal, das sind die Muschrikun, die das sagen. Aber zu Jesus sagt das Maria. Ja, ich glaube. Oder ich muss dich jetzt gleich raus und dann hole ich den Nächsten rein. Die Muschrikun sagen das. Hör auf damit. Ja. Die Muschrikun behaupten viele Sachen. Die sagen auch, er ist verzaubert, er ist ein Dichter. Das steht alles im Koran. Ja gut, aber er ist ja wirklich verzaubert worden und er ist ja auch ein Dichter gewesen. Aber Maria sagt das zu Jesus. Er ist vom Sinnen. Ja, okay. Wie gehst du denn damit um, wenn zum Beispiel der Teufel Macht über deinen Propheten hatte? Würdest du ihm deine Seele anvertrauen? Also der Teufel hatte keinen Kontakt mit dem Mohammed. Doch, 22 bis 52. Lies uns mal bitte vor. Oh, Brugge, ich kenne die Stelle, Mensch. Garanit, die ist da. Das hat wieder irgendwelche Sachen. Du kennst das, achst du? Irgendwelche Sachen da rausgezogen aus dem Ayet, was gar kein Zusammenhang hat. Okay, kein Problem. Lies mal Ayet vor und dann können wir zusammen mal gucken, was das da heißt. Ja, aber hör mal zu. Guck mal, wir sind doch hier in Deutschland. Hast du gerade schon wieder Angst. Siehst du, wie du Angst hast? Nein, ich will dich nicht gegen die Ecke drängen oder so. Religion ist persönlich, ja. Aber es geht nicht dazu, dass... Du kannst mich nicht in die Ecke drängen. Aber du fühlst dich gerade in die Ecke gedrängt, weil du weißt, dass dieser Fall authentisch berichtet wurde. Ich möchte auch Fragen stellen. Ja, machst du ja die ganze Zeit. Aber wir wollten doch jetzt gerade das Thema durchgehen. Du hast zu mir gesagt, nein, der Satan hat keine Macht über Mohammed. Und dann habe ich gesagt, doch, im Koran steht das aber. Bruder, die Sache ist schon tausendmal geklärt, dass diese Sachen bei... Das ist überhaupt nicht geklärt, ihr Leute, das bis heute. Obwohl es authentisch berichtet wurde. So seid ihr. Das ist genauso wie einer, wenn da steht, alles Leben kommt vom Wasser und da macht einer Tefsir und dann kommt das zum Schluss, du darfst mit deiner Tochter Sex machen. Kein Problem, kein Problem. Wir lassen mal Tefsir beiseite. Lies mal bitte den Vers vor. Ich habe... Guck mal, ich lasse mich mal am Arsch. Er hat auf einmal acht Korane gehabt, aber wenn es darum geht, diesen Vers vorzulesen, sagt er, nee, ich habe jetzt nichts, da keine Sache. Ich kenne die Stelle, Mensch. Das ist klar. Diese Hadith oder was das ist, Tefsir haben mit diesem A jetzt nichts zu tun. Das habe ich dir was von Tefsir gesagt. Ich will, dass du diese A ja mal vorliest. Hör mal zu, aber ich habe dich vorhin auch eine Frage. Wieso? Wieso sagt Maria... So wieder will er nicht vor den... Anstatt er sagt, okay, Armin, ich lese dir mal vor, dann können wir mal zusammen gucken. Ich rauche jetzt gerade, deswegen, ich kann jetzt nicht... Du rauchst noch schlimmer, du heilige Mann. Hör mal zu, wieso sagt Maria, obwohl sie Zeuge ist von Amt. Mein Lieber, erst mal bleiben wir bei dem einen und dann gehen wir bei dem anderen. Springen wir nicht von Thema zu Thema. Hör auf, das Thema zu wechseln. Wechsel nicht das Thema. Du lese das bitte für uns vor. Erklär mir das mal. Wieso sagt Maria... Du wirst erst mal für uns vorlesen, ansonsten gehst du raus. Sei ehrlich. Sei ehrlich. Guck mal, aber du musst... Antworte doch mal drauf. Mach die blöde Zigarette aus, Mann. Hör auf dein Leben zu vergiften mit dieser Zigarette. Wieso sagt das Maria? Mach erst mal deine blöde Zigarette da aus, die dein Leben am vernichten ist. Sag mal, wieso sagt das Maria an mir? Sag mal bitte. Was sagt Maria? Wieso sagt Maria das? Das steht bei, glaube ich, Matthäus irgendwo. Ja, okay. Ich glaube bei Matthäus irgendwo. Auf dieser Grundlage rede ich auch noch mit dir. Das ist unglücklich. Geh mal lieber deine Zigarette puffen und Muatizala, Muatizala sein, oder wie das heißt. Muatizala. Hört sich so ein wie Godzilla. Die Godzillas. Das kannst du keinem erzählen. Mit was ich mich hier rumschlagen muss, ihr Lieben. Eigentlich müsste ich acht Millionen Euro dafür bekommen. Das ist unglaublich. Gozalla. Gozalla. gozessegen. Gozessegen, auch dir, mein Lieber. Hallo? Ja, hallo. Ja, das ist so unglaublich. Das geht einfach nicht in sein Hirn rein. Ja, man hat gemerkt, dass er seine eigenen Schriften überhaupt nicht ertragen kann. Und so sind auch 99 Prozent der Muslime. Und ein Prozent akzeptiert dann alles. Ist zwar keine kleine Zahl, aber ist die Minderheit. Ja, Bruder, und das Geilste ist, wenn du ihn fragst, da springt er direkt auf ein anderes Thema. Du möchtest ihn bei dieser Sache erwischen und er will einfach nicht antworten. Ja. Ja. Deswegen müssen wir wieder singen. In Jenna, 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 in Jenna können wir fliegen. Komm, wir wurden ein Vergnügen. In Jenna, Jenna. Die Leute denken, ich habe auch einen Ratter. In Jenna, Jenna, Jenna. Die machen gleich alle mit mir hier. Guck mal, da schreibt dieser Arsch, da schreibt er ekelhaft. Ja, aber das hat doch dein muslimischer Bruder gesungen. Ist das also ekelhaft, über Jenna zu singen? Er hat das genauso gesungen, wie ich das gesungen habe. In Jenna, 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 in Jenna können wir fliegen, pudel, ein Vergnügen. Das ist dein Himmelsvorstellung, Mann. Ja, danke, dass du gesagt hast, ekelhaft, Mann. Sehr gut. Sehr gut. Das ist krank. So, was möchtest du denn wissen, mein lieber? Bruder? Ja. Ja, ich wollte dich halt nur fragen, was für die Situation mit Israel und Hamas? Ja, das sind alles die Prophezeiungen, die sich jetzt nach und nach erfüllen. Die Achse da des Islams, die Israel angreift, und das sind alles die Wehen, die jetzt gerade vor unseren Augen geschehen. Wie eine Frau, die schwanger ist und die Wehen bekommt, so wird das sein, dass die Prophezeiungen, die sich in der Bibel befinden, nach und nach erfüllt werden. Die Bibel ist das Wort Gottes und Gott beschützt sein Wort und Gott wird sein Wort durchsetzen, ob die Menschen es wollen oder nicht. Entschuldigung. Die Menschen denken, dass sie Gott aufhalten können. Das müsst ihr euch mal geben. Das ist an Lächerlichkeit kaum zu übertreffen. Ich habe so richtig schlechtes Internet. Hört man mich? Du kannst ja gleich wieder reinkommen. Gottes Segen, mein Lieber. Okay, das war eigentlich nur die einzige Frage. Ah, der hat wirklich schlechtes Internet gehabt. Ist meine Verbindung denn gut? Hallo, Bruder. Gottes Segen, Jesus Christus' Name. Ja, dir auch, meine Liebe. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, Bruder. Ich habe eine Frage. Wir waren heute im Park gewesen, also mit meiner Familie, also genau mit meinem Mann, meinen Kindern. Und ich habe gesehen, da waren so zwei, also da war ein Moslem, ja genau, mit seinem Sohn und im Park ist er zum Baum gegangen. Da war ein großer Baum. Ja klar, im Park sind ja Bäume. Und er hat so in der Ecke und er hat angefangen zu beten. Ja. Und wir haben das beobachtet von Weitem und ich habe so geguckt, weil ich habe mir gedacht, was macht der denn da? Der guckt sich den Baum an oder wie mit seinem Sohn? Vielleicht erklärt er den den Baum oder so. Und auf einmal haben die sich hingekniet. Und ja, wirklich, ich habe zu meinem Mann gesagt, und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du weißt, was sie machen, gell? Dann sagt er so zu mir, ja, ja, die berufen in wenigen Worten, ja, den, äh, Shetan, ne? Und er zeigt seinen Sohn halt so Koran und so wie man betet bestimmt, ne? Aber warum in einem Baum? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, was das auf sich hat. Vielleicht wollte er da nicht irgendwie, dass Leute dran vorbeigehen, ne? Weil dann wird das Gebet unterbrochen, ne? Du darfst ja an einem Beten nicht vorbeilaufen. Deswegen siehst du immer, dass sie irgendwas vor dem Gebetsteppich legen, weil falls jemand dran vorbeiläuft, dass das dann aufgehalten wird. Das ist wie Aberglaube, ist das? Das hat nichts mehr mit Gott zu tun, sondern wirklich ist eine Zwangsstörung, ehrlich. Ja, ja, ja. Ja, das war auch nicht, äh, genau. Also, dass nicht gestört wird oder so bestimmt. Ja, genau, weil das Gebet wird dann ungültig, wenn du nichts davor hast, weil es darf niemand vor deinem Gebet rumlaufen, ne? Das darf nicht sein. Und wenn zwar keine andere Möglichkeit besteht, so sagen die Gelehrten, dass du etwas vor deiner, vor deinem, wenn du Sujud machst, Wenn du die Niederwerfung machst, dann, ähm, dann muss etwas vor deinem, vor der Verbeugung dann da sein. Sowas wie so eine Tasche oder sonstiges. Irgendetwas, was den, was das so dann hindert. Das ist wie so eine Wand quasi, so sagen wir es immer. Bruder, und ich habe noch eine Frage, ähm, darf ich stuzen? Natürlich. Ja, ich habe eine Frage an dich, und, äh, also damals, wir sind weggezogen und wir haben so, ähm, also mein Mann hat so ein, der kannte einen, auch ein Muslim, genau, und er hat uns den Umzug durchgeführt und alles. Und damals, in der neuen Wohnung, ähm, äh, hat er, äh, er hat mir gesagt, ähm, ja, ich muss beten, ich muss beten. äh, äh, genau, die Moslems, wir wissen das, ne? Und, äh, meine Mutter hat sofort, äh, mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, äh, das weggemacht. Und ich hatte natürlich, äh, ich und meine Familie, wir hatten natürlich auch, ähm, starke Attacken gehabt, ja, danach. Und, ähm, obwohl, ähm, meine Mutter, und dann habe ich das auch, ähm, immer, immer in Jesus Christus Namen weggemacht, weil man sieht ja nicht diese, 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 diese Geister, also diese Sachen, weil wir kämpfen ja nicht gegen Gleichung und Blut, sondern gegen höhere Mächte, ne? Das wissen wir ja. Genau. Genau. Und ich habe immer diese Befürchtung gehabt, ähm, dass es dann hier geblieben ist, diese, diese, dieses Dunkle, weißt du? Und, äh, und, äh, danach, Gott sei Dank, habe ich, ähm, ähm, Jesus immer gebetet und das versucht, das rauszumachen, also nicht mehr rein. Und seitdem ist alles gut, Gott sei Dank. Also, dank Jesus ist, äh, ich spüre so Frieden, Ruhe hier und, in, 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 und, ähm, ich habe auch gesagt, in Jesus Christus Namen, hier, äh, äh, in der Wohnung ist nur Jesus, also, äh, es darf nur Jesus, äh, alles Frieden und alles Gute, genau. Amen. Ähm, ja, weil der Herr Jesus Christus wird ja auch als Friedefürst genannt, ne? Jesaja 9,5. Er ist, einer seiner Namen, ist ja auch der Friedefürst. Und der Herr Jesus Christus gibt uns seinen Frieden, einen Frieden, den die Welt uns nicht geben kann. Und deswegen haltet immer Herrn Jesus Christus fest und, ähm, dient ihm so gut ihr könnt, ne? Setzt euer Leben auch ein für ihn, ne? So wie er sein Leben für euch eingesetzt hat. Im guten, im positiven Sinne. Dass ihr nicht zurückweicht, dass ihr nicht euch schämt, dass ihr immer zu ihm steht, so wie er zu euch gestanden hat, ne? Und wie, also ich, Amelies, Matthäus 6, 5 bis 18. Ich habe leider meine Bibel nicht zur Hand, ne? Ich habe auch kein Handy hier. Ich habe nur mein eines Handy mit dabei. Ihr Lieben, ich gehe jetzt langsam, äh, muss mal ein paar Sachen erledigen. Ich glaube, ich komme gleich live, wenn mein Bruder auch da ist und dann, äh, nehmen wir ein bisschen, haben wir ein bisschen TikTok in die Mangel nehmen. Okay? Dank Gott, erledige deine Sachen und habe einen schönen Abend. Alles klar. Ich denke, wir sehen uns dann. Okay, Gott segne dich, ja? Mach's gut, ciao. So, ihr Lieben, ihr werdet das ja mitbekommen. Bitte geht, falls ihr noch nicht dem Account folgt, folgt diesem Account und, ähm, äh, folgt auch dem Ersatzaccount, ne? Den mit 11.000, 12.000, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und ansonsten, da oben ist ja immer so eine Glocke auf meinem Profil. Macht diese Glocke an, dann kriegt ihr direkt eine Benachrichtigung. Immer diese Glocke einschalten, dann wisst ihr, wann ich immer live komme. Aber das wisst ihr ja meistens sowieso immer. Gottes Segen, ihr Lieben, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Dankeschön für eure Geschenke, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, Dankeschön für euer Support, eure Liebe zu mir. Ich liebe euch von Herzen. Möge der Jesus Christus weiterhin seine Liebe in eurem Herzen ausgießen, auf das ihr immer in der Liebe wandelt und euch von niemandem beirren lässt und dass ihr getrost der Welt den Rücken kehrt und Jesus Christus nachfolgt. Nehmt euer Kreuz täglich auf euch und seid seine Diener, die Diener des wahrhaftigen Gottes und des ewigen Lebens. Amen. Gott segne euch. Gott segne euch.